Hallo, ich bin Li und heute gibt es die schönsten Hörbücher zu Weihnachten von Heinrich Seidel. Möchtest du keines unserer Hörbücher mehr verpassen? Dann klick einfach gratis und unverbindlich auf Abonnieren und die kleine Glocke. Eine Weihnachtsgeschichte Es hatte vierzehn Tage lang gefroren wie in Sibirien. Auf dem höchsten Berg im Lande saß der alte Wintergreis mit seinem bläulichen Gewande und seinem lang hinstörrenden Schneebad und ihm war so recht behaglich zumute. Wie einem Menschengreise, wenn er hinter dem Ofen sitzt und das Essen ihm geschmeckt hat und alles gut geht. Zuweilen rieb der alte Winter sich vor Vergnügen die Hände. Dann stäubte der feine, schimmernde Schnee wie Zuckerpulver über die Erde. Bald lachte er wieder still vor sich hin und es gab Sonnenschein mit klingendem Frost. Der schneidende Hauch seines Mundes ging von ihm aus und wo er über die Seen strich, zerspaltete das Eis mit lang hindonnerndem Getöse und wo er durch die Wälder wehte, zerkrachten uralte Bäume von oben bis unten. Habe erbarmen, alter Wintergreis, flehte ich, und lass ab, denn es ist Weihnachten und ich muss pelzlos nach Hause reisen. Der Alte fühlte ein menschliches Rühren, lehnte sich mit dem Rücken gegen die uralte Eiche, die auf dem hohen Berge steht, und schloss die Augen und erdrusselte ein wenig. So gelangte ich denn ohne Gefährde in meine Vaterstadt zu meiner Mutter. Wohl dem, der noch eine sichere Stätte hatte in der weiten Welt, wo er sich geliebt weiß, wo die treuen Augen der Mutter auf ihn sehen, die schon vor Liebe auf ihm ruhten, als er noch klein und hilflos auf ihrem Schoße spielte. Da bin ich wieder in den kleinen, wohlbekannten Zimmern, und die freundlichen Augen werden nicht müde, mich zu betrachten. Ich muss erzählen, wie es mir ergangen ist, und auch das Kleinste ist dabei nicht unwichtig. Dann stürmt mein Bruder Hermann ins Zimmer, der Primaner und Naturforscher, und kaum hat er mich begrüßt, so erzählt er schon, »Du, Eduard, die Eislöcher auf dem großen See wimmeln von nordischen Enten, die hier überwintern. Und am Schloss Gartenbach habe ich wieder Eisvögel beobachtet.« Polly, der braungefleckte Wachtelhund, ein außerordentlich gebildetes Tier und Zögling meines Bruders, springt in ausgelassener Wiedererkennungsfreude an mir empor und muss sofort seine neuerlernten Künste zeigen. Dann kommt auch Moor, der weiße, gelbgestreifte Kater, reserviert wie Katzen sind, leise gegangen und reibt sich schnurrend an meinem Knie. Auch er hatte mich nicht vergessen. Er hat Menschenverstand, wie meine Mutter sagt. Und wenn er zuweilen des Abends würdevoll mit dem um die Vorderfüße geringelten Schwanz auf der Sofalehne sitzt und einen der Sprechenden nach dem anderen aufmerksam anblickt, so ruft meine Mutter oft plötzlich, wenn von Geheimnissen die Rede ist, »Sprech doch leise, der Kater versteht ja alles!« Und von Geheimnissen wimmelt das Haus jetzt förmlich. Da erscheint Paul, der Jüngste, der Ober-Tertianer, der noch gar nicht weiß, dass ich gekommen bin, plötzlich in der Tür, etwas leicht in Papier geschlagenes in der Hand tragend. Aber kaum hat er mich erblickt, als er, statt mich zu begrüßen, voll entsetzend wieder hinausspringt und erst nach einiger Zeit ohne das Paket mit vergnügtem Lächeln wieder zurückkehrt. »Feiner Schlittschuhbahn«, lautet sein Bericht, »wir sind gestern schon nach Nusswerde gelaufen, der große See ist ganz zu!« Dann wird alles revidiert im ganzen Hause, das Alte, ob es noch das Alte ist, und dann das Neue. Alle die bekannten Ecken und Eckchen, aus denen die Erinnerung lächelt, die alten Bücher, aus denen dem Kindersinn der Zauber der Dichtung emporblühte. Selbst der Garten wird aufgesucht, und dann geht es den Gang zwischen bereiften Hecken hinunter zum See, der weit in seiner glänzenden Eisdecke schimmernd daliegt. Denn hier hat es gar nicht geschneit, und es ist eine Schlittschuhbahn wie selten. Ich probiere einmal vorläufig das Eis, und dann geht es wieder zurück zu den Stübchen meiner Brüder. Dort sind Hermanns selbst erzogene afrikanische Finken zu bewundern, ausländische Schildkröten und Molche und andere naturhistorische Errungenschaften. Paul hatte aus Holz gesägte Sachen vorzuzeigen, und eine heimliche Zigarrenspitze, deren vorzügliche Angerauchtheit und eine unerlaubte Pfeife, deren echten Weichselholzgeruch ich bewundern muss. Dann kommt nun der Weihnachtsabend selber, und mit ihm die gute Tante Amalie, die mich schon oft auf die Strümpfe gebracht hat, denn sie strickt mir immer noch so schöne, warme, und ihr Dienstmädchen trägt einen höchst verdächtigen Korb. Und mit Tante Amalie kommt Cousine Helene, meine kleine Feindin. Sie ist nun eigentlich kaum meine Cousine, denn die Verwandtschaft ist so künstlich, dass Tante Amalie fünf Minuten braucht, um sie auseinanderzusetzen, und ich sie noch nie begriffen habe. Aber wir nennen uns Cousine und Vetter und du, denn wir kennen uns schon von der Zeit an, als Tante Amalie die kleine zehnjährige Weise zu sich nahm, und das ist nun gerade acht Jahre her. Kinder, vertragt euch! Das ist das Erste, was Tante Amalie zu uns sagt. Sie weiß aus Erfahrung, dass es dieser Warnung bedarf, denn wir stehen im Allgemeinen auf dem Kriegsfuß. Ach, ich werde schon mit ihm fertig, sagt Helene mit einem kleinen Trotzblick, der wenig Gutes verspricht. Die Mutter und Tante Amalie verschwinden zu heimlichen Vorbereitungen in den Festgemächern, und ich petitioniere ebenfalls um Zulassung, da ich, mit einem Blick auf Helene, doch nicht mehr zu den Kindern zu rechnen sei. Hm, nehmt den alten Mehrgreis nur mit, meint sie, aber es wird mir nicht gestattet. Schenkst du mir dann auch etwas, Helenchen, mein Schwänchen? Frage ich mit einem alten Kinderreim. Sie ist immer schlagfertig. Ich schenke dir kein Tränchen, doch Tante Amaliechen schenkt dir etwas für deine langen Binnichen, sagt sie schnippisch. Ich weiß nicht, lässt sich der biedere Paul vernehmen. Ihr habt euch doch immer, wo ihr euch seht. Hm, du ahnungsvoller Engel, du, meint Helene und streichelt sein würdiges Haut. Hast du schon mal einen Engel gesehen? fragt nun Hermann ironisch, der karierte Hosen an hat und heimlich Zigarren raucht. Ach, ihr seid schrecklich alle miteinander, sagt Helene. Ist das eine Weihnachtsstimmung? Und sind das Weihnachtsgespräche? Das ist nur äußerlich, meine ich. Innerlich, da sind Lichter in unseren Herzen angezündet und das Gemüt ist voller Weihnachtsduft. Ach, um Gottes Willen, seufzt Helene. Das Klavier steht geöffnet. Lasst uns singen, bitte ich. Helene sieht mich fast dankbar an. Aber was denn? Unser Weihnachtslied. Morgen, Kinder, wird's was geben. Morgen werden wir uns freuen. Und nun wird es gesungen, das alte, harmlose Lied, das eigentlich gar nicht mehr passt, da dies morgen schon heute ist. Dann singt Helene mit ihrer klaren Stimme O du fröhliche, o du selige und dann, es ist ein rohs entsprungen. Und dann mit einmal tönt die Glocke und der Moment, der so manches Mal mein Herz mit süßem Schauer erfüllt hat, ist da. Der Weihnachtsbaum mit Silber- und Goldketten, Fähnchen, Netzen und Sternen und mancher verlockenden Fruchtbehang strahlt mir entgegen. Ach, nimmer so herrlich wie einst, da sein Glanz durch das ganze Jahr einen wärmenden Schein bereitete und schon lange vorher beim Ausblasen einer Wachskerze das Herz in süßem, ahnungsvollem Schauer erbebte. Es riecht nach Weihnachten. Wir suchen nun jeder den Ort, wo ihm die Liebe etwas aufgebaut hat. Selbst Polly und Moor sind nicht ganz vergessen. Jenem ist unter dem Tisch auf einem Schemelchen die delikate Knackwurst mit einem Kranz von Pfeffernüssen zugedacht und ein eigenes Lichtlein dabei angezündet. Der würdige Kater dagegen findet seine Bescherung auf seinem Lieblingsplatz, dem Fensterbrett. Sie besteht in einem Schälchen Milch und einem Halsband mit seinem Familiennamen, von Helenes kunstfertiger Hand gestickt. Es ist eigentlich unchristlich für so unvernünftige Tiere, sagt Tante Amalie, aber sie lächelt doch im Stillen darüber. Das heimliche Paket, das Paul vorhin so schnell verbarg, gibt sich als ein aus Holz künstlich gesägter Gegenstand zu erkennen, den Gestalt eines luftigen Schweizer Häuschens, meiner Taschenuhr zum nächtlichen Wohnplatz, dienen soll. Hat überhaupt diesen Industriezweig auf alle Anwesenden ausgedehnt. Tante Amalie meinte, du hast uns wohl alle besägt. Plötzlich wird die Tür aufgerissen und die zu einer unnatürlichen Tiefe verstellte Stimme des Dienstmädchens lässt sich vernehmen, Juhulklopp! Und ein papiergewickelter Gegenstand fällt ins Zimmer. An Eduard ist es adressiert. Viel Papier fliegt hastig abgerissen zu Boden und Helene macht sich durch eine schlecht verhehlte Spannung verdächtig. Endlich kommt ein zierlichen perlengesticktes Hausschlüsselfutteral zum Vorschein. Von dir, Helene? Nur aus Bosheit, ist die Antwort, weil ich weiß, dass du gestickte Sachen verabscheust. Das musst du anerkennen, sagte Tante Amalie. Es ist eine sehr mühsame Arbeit, sie hat drei Wochen daran gearbeitet. Ach, nicht doch, meinte abwehrend Helene. Mich will es dir zu ehren, alle Abende benutzen, sage ich. Dagegen protestiert nun aber wieder die Mutter. Was, ihr wollt meinen Ältesten auf Abwege bringen? Wieder geht die Türe auf. Wieder eine andere Nuance von Dorotheas wandelfähigem Organ. Juhl-Club! Und eine große Kiste wird hereingeschoben mit der Adresse an Helene. Diese sieht mich voller Verdacht von der Seite an. Darin ist gewiss eine große Schändlichkeit von dir, meint sie. Ich mache es gar nicht auf. Aber sie hat schon den Deckel der Kiste abgeschoben. Ein mächtiges Paket in Papier gesiegelt kommt zum Vorschein. Aus dem Papier entwickelt sich eine zweite Kiste. Helene wird ganz aufgeregt, denn in dieser Kiste steckt wieder eine und so fort. Die Papiere fliegen umher und das ganze Zimmer steht voll Kisten. Es ist abscheulich, sagt Helene. Gerade wie in dem Märchen von der alten Frau, die ein Haus hatte und in dem Hause eine Kammer und in der Kammer einen Schrank und in dem Schrank eine Kiste und in der Kiste wieder eine Kiste und so fort und in der letzten eine Schachtel und so weiter und in der letzten kleinsten Schachtel war ein Papierchen und in dem Papierchen wieder ein Papierchen und in dem allerletzten Papierchen ein Pfennig. Der war ihr einziges Vermögen. Endlich kommt ein runder, in Seidenpapier gewickelter Gegenstand zum Vorschein. Nun geht's los, rufen alle. Es ist aber nur eine runde, große Apothekerschachtel. Das Seidenpapier fliegt, eine Schachtel nach der anderen kommt hervor, die Spannung wird fast unerträglich. Endlich in der zehnten Schachtel ein kleiner, schwerer, in Papier eingewickelter Gegenstand. Das ist der Pfennig, ruft Helene. Die gute, alte Frau schenkt mir ganzes Vermögen zu Weihnachten. Es ist aber kein Pfennig, sondern ein kleines, zierliches, goldenes Kreuz an einer feinen Kette. Gerade, wie ich es mir gewünscht habe, ruft Helene verwundert, und ein fragender Blick trifft mich. Ich nicke, und mit einem Male hat sie meine Hand mit ihren beiden erfasst und schaut mir herzhaft in die Augen. Ich danke dir, Eduard. So freundlich hast du mich lange nicht angesehen, Helene. Tja, wenn du immer ein artiges Kind bist, antwortete sie, so wirst du noch öfter freundlich angesehen. Julklub, tönt es wieder in Dorotheas höchsten Fisteltönen. Sie sucht uns offenbar einzubilden, dass sich ein ganzes Heer von verschiedenen Geschenkspendern draußen ablöst. Da man jedes Mal vor dem Julklubruf die Haustürklingel hört, so habe ich sie sogar im Verdacht, dass sie zur größeren Wahrscheinlichkeit ihrer oratorischen Darstellung jedes Mal die Treppe hinabläuft, zuvor einen Eintretenden zu fingieren. Julklappen nehmen endlich ein Ende, Dorothea tritt nun selber ein, ganz rot im Gesicht von der Anstrengung, aber harmlos, als wisse sie von nichts, um auch ihr bescheidenes Weihnachtstischchen aufzusuchen. Allmählich brennen die Wachskerzen nieder und eine nach der anderen erlischt knisternd im Nadelwerk des Baumes. Nach der festlichen Aufregung ist eine beschauliche Stille eingetreten. Die beiden Jungen haben sich über die bescherten Bücher hergemacht und blättern vorkostend darin umher. Im Nebenzimmer hört man die Stimmen der Mutter und der Tante Amalie, die im Hinblick auf das morgige Festgericht in einen interessanten Meinungsaustausch über die Anwendung von Saurasane verwickelt sind. Polly und Moor liegen wohlbehaglich an ihren Lieblingsplätzen im innersten Gemüt befriedigt, ihre Weihnachtsbescherung verdauend. Und ich habe mich in meine dunkle Weihnachtslieblingsecke auf den Lehnstuhl hinter dem Tannenbaum zurückgezogen. Dort schweifen meine Blicke bald in das grüne, nur noch stellenweise beleuchtete Geäst des Weihnachtsbaumes nach den niederbrennenden Lichtern. Bald nach Helene, die noch immer vor ihrem Weihnachtstische stehend, nach Mädchenweise stets von Neuem die Geschenke und Geschenkchen zierlich ordnet und eingehend betrachtet. Sie steht abgewendet von mir und nur zuweilen bei einer Bewegung zeigt sich das zierliche Profil ihres Gesichtes. Die kleinen widerspenstigen Löckchen, die sich nicht im allgemeinen Gesetz der Haartracht fügen wollen, umgeben wie ein goldener Schimmer das Köpfchen. Da knistert wieder eines der Lichter am Baum in die Nadeln, ein kurzes Aufleuchten und es ist erloschen. Das ganze Zimmer ist schon von dem Weihnachtsduft der Nadeln und Lichter erfüllt. Meine Blicke wenden sich wieder Helene zu. Sie blättert gerade in einem kleinen Büchlein, das ich hier für ihre Mädchen Miniaturbibliothek geschenkt habe. Meine Gedanken fangen an, eigentümliche Wege zu gehen. Es ist wieder Weihnachten und ein blitzender, strahlender Tannenbaum aufgebaut und zwei Menschen stehen davor Hand in Hand und schauen sich in die Augen, aus denen es noch viel schöner leuchtet, denn das Glück schimmert daraus hervor. Und merkwürdig, diese zwei Menschen sind Helene und ich. Und meine Fantasie arbeitet weiter, denn die Fantasie tut nichts halb und ich höre ganz deutlich das Blasen von Kindertrompeten und das Stampfen von kleinen Steckenpferdchen Reiterbeinen und glückseliges Kinderlachen. Eduard, schläfst du wohl? fragt plötzlich Helene. Ich träume nur, antworte ich mit einem halben Seufzer. Kinder, kommt zum Essen, ruft die Mutter aus dem Nebenzimmer. Am zweiten Weihnachtstag war ich zum Mittag bei Tante Amalia eingeladen und nachher wollten Helene und ich auf den großen See zur Einweihung der neuen Schlittschuhe, die sie zu Weihnachten bekommen hatte. Aus den kleinen zierlichen Zimmerchen der Tante stiegen neue Kindererinnerungen hervor. Ich kannte dort alles, das feine, geblümte Porzellan, die alten Kupferstiche an den Wänden, die alte schwarze Rokoko-Uhr mit dem Sensemann, die eine so sonderbare Gangart hatte, dass man alle Augenblicke meinte, sie müsse stille stehen, die alten verblichenen Stickereien und die hundert zierlichen Kleinigkeiten auf der Spielkommode. Am Fenster standen dieselben Lieblingsblumen und derselbe feine Duft herrschte in dem Zimmer, der mich als Kind schon immer so feierlich stimmte, der mir in der Fremde, wenn ich ihm begegne, unwiderruflich meine gute Tante vor Augen zaubert. Nach Tische zog ich Helene das eng anschließende Pelzjäckchen an und hüllte den Kopf in eine blauseidene Kapuze, aus deren weißem Schwanbesatz das frische Gesicht mit dem blonden, widerspenstigen Löckchenkranz gar anmutig hervorschaute. Was siehst du mich denn so an? fragte sie plötzlich. Ich freue mich über meine hübsche Cousine, antwortete ich. Ihr stieg ein klein wenig Rot in die Stirne und sie sprach rasch, du gewöhnst dir wohl auf deine alten Tage das Schmeicheln an. Wir gelangten nach kurzem Wege an den See. Der alte Winter Kreis auf seinem hohen Berge schlief noch immer. Es war noch nicht Tauwetter. Allein durch die Stille der Luft erschien es wärmer als es war und die Sonne hatte am Tage so viel Macht, dass sie die gefrorene Erde an der Oberfläche auftaute. Wir laufen doch zum Nusswerder, fragte Helene, als wir die Schlittschuhe angeschnallt hatten. Wie du willst, war meine Antwort, die Bahn ist ja noch weiter abgesteckt. Unterdessen hatten wir uns in Bewegung gesetzt und waren auf die breite mit Büschen und Stangen angedeutete Bahn gelangt, die jedes Jahr abgesteckt wurde, um einen ungefährlichen Weg zu den beliebtesten Vergnügungsorten zu bezeichnen. Wir bleiben noch nicht auf der langweiligen Bahn, fragte Helene und ihre Blicke schweiften über die weite schimmernde Eisfläche hinaus. Plötzlich ward ein fröhliches Stimmgewirr hinter uns hörbar und brausend kam ein Schwarm von Schülern herangefahren und zog die Mützen schwenkend an uns vorüber. Ein Einzelner sonderte sich von ihnen ab. Es war Hermann. Ich wollte dir nur sagen, Eduard, geht lieber nicht nach den Entenlöchern und weicht überhaupt nicht weit von der Absteckung ab. Es sind viele von den Vögeln eben verlassene Ställen da, die nur ganz leicht überfroren sind und sich sehr wenig von dem übrigen Eis unterscheiden. Es tut mir nur leid, dass ich jetzt mit meinen Kameraden laufen muss, sonst würde ich euch gern dahin geleiten, ich weiß genau dort Bescheid, denn ich habe manche Stunde da selbst mit dem Fernrohr zugebracht und nach den Enten gesehen. Morgen können wir einmal zusammen dorthin laufen. Damit eilte er mit doppelter Geschwindigkeit den übrigen nach und bald hatte ihn das schwarze Häuflein wieder eingeschlungen. Wir glitten eine Weile schweigend dahin. Manchmal schaute ich seitwärts auf Helenes zierliche Gestalt, wie sie so ebenmäßig und anmutig dahin fuhr und wie der Luftzug die Kleider an die schönen Linien ihres Körpers schmiegte. Endlich standen wir eine Weile. Vor uns lag Loswerder noch in ziemlicher Entfernung von feinem violetten Duft des Winters angehaucht. Seitwärts über den See hinaus erblickte man in der Ferne eine dunkle Linie über dem Eise und darüber schwärmte es ab und zu von unzähligen Möwen. »Das sind die Enten«, sagte Helena. »Ich möchte sie gar zu gerne einmal in der Nähe sehen. »Du hast ja gehört, was Hermann sagte«, antwortete ich, »komm, in einer Viertelstunde können wir auf Nusswerder sein.« »Ich fürchte mich gar nicht«, sagte Helena, indem sie einen kleinen zierlichen Bogen schlug und mir dann gerade ins Gesicht sah. »Du bist doch ein rechter Sicherheitskommissarius.« »Ich für meinen Teil würde mich nicht scheuen. das weißt du auch recht gut, Helena. Ich bin noch im vorigen Jahre allein dort gewesen und kenne den See. Allein ich darf es jetzt deinetwegen nicht. Ich bin dafür verantwortlich, wenn ein Unglück geschieht.« »Ich brauche deine Verantwortlichkeit gar nicht«, sagte sie, verächtlich das Köpfchen aufwerfend. »Und es nützt dir auch gar nicht, deine Furchtsamkeit durch solche Gründe zu bemänteln. Wenn du nicht mit willst, so laufe ich allein.« Und damit setzte sie sich langsam in Bewegung. »Helene«, rief ich, aber sie wandte sich um und sah mich spöttisch an. »Willst du mitkommen? Ich zieh dich raus, wenn du ins Wasser fällst. »Du kränkst mich mit Absicht, Helene«, sagte ich »Und das ist nicht schön von dir. Ich gebe nach, aber nur unter einer Bedingung, die du mir nicht verweigern wirst. Ich bleibe stets zehn Schritte vor dir, damit ich dich in genügender Sicherheit weiß.« Ihr Auge leuchtete plötzlich auf, jedoch antwortete sie nicht, sondern neigte nur bejahnt das Haupt, und wir setzten uns in der verabredeten Weise in Bewegung. Es war nun doch eine Verstimmung zwischen uns, und niemand wollte anfangen zu reden. Das Eis war glatt und jungfräulich, wo wir liefen, und von jenem dunklen Glanz, der auf die Tiefe des Wassers deutet. Rings war es still, bis auf das unablässige Geräusch der Schlittschuhe. Nur zuweilen ging ein klingendes Hallen durch die Eisfläche oder ein Eisstückchen von leisem Luftzug getrieben klirrte vorüber. Sieh einmal, sagte Helene plötzlich und hielt an, indem sie auf den Grund deutete. Es war eine flachere Stelle des Sees und durch die klare Eisdecke konnte man bis auf den weißen Sandgrund sehen und die fein gefiederten Wassergewächse deutlich erkennen. Zuweilen sah man große Fische vorüber huschen. Ich bemerkte eine heimliche Ängstlichkeit in Helenes Zügen, denn dieser Anblick des tiefen Grundes, von dem man nur durch eine durchsichtige Decke getrennt ist, hat für den Ungewöhnten etwas Schauerliches. Wir waren den Enten nun schon ziemlich nahe gekommen und hörten nun deutlich ihr wirres Geschnatter und das Schreien der Möwen. Nicht weit von uns bemerkte ich den sogenannten großen Stein, einen mächtigen Granitblock, der aus dem Wasser hervorragt und den Karnschiffern als Wahrzeichen gilt. Denn die Gegend um ihn herum ist voller Untiefen. Indem wir darauf zuhielten, trafen wir auf die erste offene, von den Enten bereits verlassene Stelle und umfuhren sie in weitem Bogen. Zugleich erhob sich in der Ferne mit Geschrei und gewaltigem Flügelschlagen eine Anzahl der Vögel und ging in brausendem Flug über den See zu anderen offenen Stellen, die etwa eine Meile weiter hingelegen waren. Bei dem Großen Steine angelangt, standen wir und sahen dem Wirren und Schwirren zu. Die ziemlich große Wasserfläche war bedeckt mit Tausenden von nordischen Enten, vorwiegend Schnell- und Eisenten, die hier, unseren Norden als ihren Süden betrachtend, Winterquartiere bezogen hatten. Eine große Anzahl von Möwen tummelte sich zwischen ihnen, aus der Luft auf das Wasser niederstoßend oder wie helle Punkte zwischen den dunklen Enten schwimmend. In der Nähe auf dem Eise saß ein großer Vogel, zwischen den Klauen mit dem Schnabel etwas zerpflückend, dass die Federn davonstoben. Siehst du den Seeadler? sagte ich zu Helene, der hat jetzt leichtes Spiel, er braucht nur zuzustoßen, wenn er Hunger hat. Unterdessen war ihm wohl unsere Nähe unheimlich geworden, denn plötzlich erhob er sich und flog mit gewaltigen Flügelschlägen über den See dem Lande zu. Wir hatten eine ziemliche Zeit dort gestanden und mit dem Betrachten der Enten beschäftigt auf nichts weiter geachtet und so fiel es mir jetzt auf, als ich dem Seeadler nachblickte, dass das gegenüberliegende Ufer, das wir vorhin deutlich gesehen hatten, ganz in bläulichem Dämmer verschwunden war. Ich schaute mich um nach Nusswerder, nur noch wie ein matter Schein zeichnete es sich in die dicke Luft und mit einem Male fing es an, ganz leise und sanft zu schneien. Helene, rief ich, wir müssen schnell fort, denn wenn der Schnee stärker wird und unsere Spur verdeckt, so können wir uns leicht verirren. Wir machten uns nun schnell auf, die Spur der Schlittschuhe auf unserem Heerwege verfolgend. Langsam und stetig mehrten sich die Flocken und kaum waren wir eine kurze Strecke vorwärts gelangt, so war das Eis von dem Schnee leicht bedeckt und die Spur verloren. Wir hielten an und schauten nach der Bahn aus, aber nichts war ringsum zu sehen, überall nur das leise, stetige Niedersinken der großen Flocken, das sich weiterhin in einen weißen, wimmelnden Dämmer verlor. Ich schlug auf Gerate wohl die Richtung ein, in der ich die Bahn vermutete, und dann ging es wieder vorwärts. Nach einer Viertelstunde war nichts erreicht, wir mussten diese Richtung verfehlt haben. Wir standen nun und horchten, ob nicht ein Laut uns zu Hilfe komme. Aber es war ringsum so totenstill, dass man das leise Geräusch der fallenden Flocken vernehmen konnte. Nun mehrte sich auch schon der Schnee und fing an, beim Laufen hinderlich zu werden, und das Schlimmste war, dass die Gefahr der unsicheren Stellen durch die gleichmäßig alles verhüllende Schneedecke verdoppelt war. Wir glitten nach einer anderen Richtung vorsichtig weiter. So irrten wir eine Weile umher und ich bemerkte, dass Selene anfing müde zu werden. Plötzlich sah ich etwas Dunkles vor mir aus dem Schneeragen und da waren wir wieder bei dem großen Stein. Wir waren richtig im Kreise gelaufen. Während wir eine Weile ruten, fiel mir plötzlich eine Bemerkung ein, die ich vorhin gemacht hatte. Es war mir aufgefallen, dass die Entenkolonie, der große Stein und Nusswerde, in einer geraden Linie lagen. Danach konnte man die Richtung bestimmen. Gelang es uns, diese gerade Linie einzuhalten, so mussten wir unbedingt auf Nusswerder treffen, von wo aus die Bahn mit Leichtigkeit zu erreichen war. Wieder glitten wir in den Schnee hinaus, Helene immer etwa 20 Schritt hinter mir. Als wir eine Weile gelaufen waren, glaubte ich, vor mir in dem Schnee Gewimmel etwas Dunkles ragen zu sehen, wie die Umrisse von Bäumen. Unwillkürlich vermehrte ich meine Schnelligkeit, da plötzlich ertönte hinter mir ein gellender Schrei, und als ich mit scharfem Ruck meinen Lauf anhielt, war dein Knistern und Senken zu meinen Füßen bemerkbar, das mir kaum Zeit ließ, in schneller Wendung zurückzutaumeln. Wie erstarrt stand Helene hinter mir. Ich sah sie wanken und eilte, sie in meinen Armen aufzufangen. Dann blickte ich unwillkürlich zurück und sah jenen kleinen dunklen Wasserfleck, der in der fast zugefrorenen Öffnung noch freigeblieben war und Helene zu dem Warnungsruf veranlasst hatte. Sie lag an meiner Brust und schluchzte leise. Helene, tröstete ich, es ist ja alles gut. Und sie schlang plötzlich den Arm um mich und rief leidenschaftlich, ich will dich nie wieder necken, Eduard, niemals wieder. Ich fühlte die schöne Gestalt in meinen Armen und beugte mich zu ihr nieder und fragte sie leise, auch dann nicht, Helene, wenn wir immer beieinander sein werden? Immer? Sie hob fast verwundert den Kopf und schaute mir fragend in die Augen. Dort mochte sie wohl die richtige Deutung lesen, denn langsam stieg ein Rot in ihrem reinen Antlitz auf und sie verbarg es wieder an meiner Brust. Es war eine kleine Pause, in dass ich sie sanft an mich drückte. Auch dann nicht, flüsterte sie leise. Wir hatten beide vergessen, dass wir verirrt in der großen Einsamkeit des Schneegestöbers standen. Was kümmerte uns, dass wir den Weg verloren hatten, hatten wir doch den schöneren zu unseren Herzen und zu unseren Lippen gefunden. Eduard, Helene, Eduard, rief es plötzlich aus der Ferne und fast erschreckt fuhren wir auseinander. Und wieder rief es und ich erkannte die Stimme meines Bruders. Ich gab Antwort und ein vielstimmiges Jubelgeschrei war die Folge. Dann nach einer Weile sah ich die dunkle Gestalt Hermanns aus dem Schnee hervortauchen und weiterhin kam dann eine zweite Gestalt und eine dritte und sofort alle wie ich beim Näherkommen bemerkte an ein langes Seil aufgereiht, in das sie sich in Zwischenräumen verteilt hatten, während der letzte Flügelmann die Bahn innehielt. Sie hatten uns von dem hochgelegenen Wirtshaus, das sie besucht hatten, zufällig mit dem Fernrohr beobachtet und wussten, dass wir vom Schnee überrascht auf dem Eise sein mussten. So hatten sie denn die lange Wäscheleine des Wirtes requiriert, um uns mit Sicherheit aufsuchen zu können. Als wir zu Hause bei der Mutter, die uns schon mit Sorgen erwartet hatte, anlangten, rief Hermann, der unterwegs eingeweiht war, durch die Tür übermütig hinein, Johlklapp! Und Helene und ich traten Hand in Hand ins Zimmer. Ein Blick der Mutter Augen genügte und ihre Arme umschlossen uns beide. Mein Lieblingswunsch, sagte sie glücklich, und ihr bösen Kinder habt euch so angestellt? Und was wird Tante Amalie sagen? Das Weihnachtsland Werner und Anna Im letzten Hause des Dorfes, gerade dort, wo schon der große Wald anfängt, wohnte eine arme Witwe mit ihren zwei Kindern Werner und Anna. Das wenige, das in ihrem Garten und auf dem kleinen Ackerstück wuchs, die Milch, ihre einzige Ziege gab, und das geringe Geld, das sie durch ihre Arbeit erwarb, reichte gerade hin, um die kleine Familie zu ernähren. Und auch die Kinder durften nicht feiern, sondern mussten solche Arbeit leisten, wie sie in ihren Kräften stand. Sie taten das auch willig und gern und betrachteten diese Tätigkeit als ein Vergnügen, zumal sie dabei den herrlichen Wald nach allen Richtungen durchstreifen konnten. Im Frühling sammelten sie die goldenen Schlüsselblumen und die blauen Anemonen zum Verkauf in der Stadt und spähte die Maiglöckchen, die mit süßem Duft aus den mit welchem Laub bedeckten Hügel abhängen des Buchenwaldes empor wuchsen. Dann war da auch der Waldmeister da, mit seinen niedlichen Bäumchen, die gepflückt werden mussten, ehe sich die zierlichen weißen Blümchen hervortaten, damit seine Kraft und Würze fein in ihm verbleibe. Sie wandten zierliche Kränze daraus, aus denen noch, wenn sie schon vertrocknet waren, ein süßer Waldesduft entströmte, oder banden ihnen kleine Büschel, die die Stadtleute in den Wein taten, auf das ihm die taufrische Würze des jungen Frühlings zuteil werde. Später schimmerten dann die Erdbeeren rot unter dem niedrigen Kraut hervor und während nun die Kinder der reicheren Eltern in den Wald liefen und fröhlich an der reichbesetzten Sommertafel schmausten oder höchstens zur Kurzweil ein Bärensträußlein pflückten, um es der Mutter mitzubringen, saßen Werner und Anna und sammelten fleißig die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Aber sie waren fröhlich dabei und guter Dinge, pflückten um die Wette und sangen dazu. Noch späterhin wurden auf dem bemoosten Gründe des Tannenwaldes die Heidelbeeren reif und standen unter den großen Bäumen als kleine Zwergenwälder beieinander, indem sie mit ihren dunklen Früchten wie niedliche Pflaumenbäumchen anzusehen waren. Auch diese sammelten sie mit blauen Fingern und fröhlichem Gemüt in ihre Töpfe. Und dann ging's ins Moor, wo die Preiselbeeren standen, die so zierliche Blüten wie feine, kleine, rosig angehauchte Porzellanglöckchen und Früchte rot wie Korallen haben und eingemacht über die Maßen gut zu Apfelmoos schmecken. Von der alten Liese, die alle Tage mit einem baufälligen Rösslein und einem Wagen voll Gemüse und dergleichen in die Stadt fuhr und für die Kinder verkaufte, was sie gesammelt hatten, lernten sie noch so manches kennen, was die Stadtleute lieben und gern für ein paar Pfennige erwerben. So suchten sie in der Zwischenzeit allerlei zierliche Moose und Flechten, wie sie in trockenen Kiefernwäldern mannigfaltig den Boden bedecken und sich mit sonderlichen und zierlichen Gestaltungen bescheiden hervortun. Da fanden sie solche rot und ästig wie kleine Korallen und andere, die einem Haufen kleiner Tannenbäumchen glichen. Aus wieder anderen wuchsen die Blütenorgane gleich kleinen Trompetchen oder spitzen Kaufmannstüten hervor, während noch wieder andere kleine Keulen emporstreckten, die mit einem Knopf wie von rotem Siegellack geschmückt waren. Solches Moos lieben die Stadtleute auf einem Teller freundlich anzuordnen, damit sich ihr Auge, wenn es müde ist, über die große Wüste von Mauern und Steinsäulen zu schweifen, auf einem Stück fröhlichen Waldbodens ausruhen könne. Unter solchen fleißigen und freudigen Tätigkeiten kam dann der Herbst heran und die Zeit, da die Stürme das trockene Holz von den Bäumen werfen und es günstig ist, die Winterfeuerung einzusammeln. Die Zeit, wo sie sich schon zuweilen auf die schönen Winterabende freuten, wenn das Feuer in dem warmen Ofen bullert und sein Widerschein auf dem Fußboden und an den Wänden lustig tanzt, wenn die Bratäpfel im Rohr schmoren und zuweilen nach einem leisen Pfarf lustig aufzischen und die Mutter bei dem behaglichen Schnurren des Spinnrades ein Märchen erzählt. Unter solchen Gedanken schleppten sie fröhlich Tag für Tag ihr Bündelchen Holz heim und turmten so allmählich neben der Hütte ein stattliches Gebirge auf. Zuweilen hing auch ein Beutel mit Nüssen an dem Bündel. Diese holten sie gelegentlich aus dem großen Nussbusch, wo in manchem Jahre so viele wuchsen, dass, wenn man mit einem Stock an den Strauch schlug, die überreifen Früchte wie ein brauner Regen herabprasselten. Wenn sie davon genug mitgebracht hatten, wurden die Nüsse in einen größeren Beutel getan und in den Rauchfang gehängt, um für Weihnachten aufgehoben zu werden. Weihnachten, das war ein ganz besonderes Wort. Und die Augen der Kinder leuchteten heller auf bei seinem Klange. Und doch brachte ihnen dieser festliche Tag so wenig. Ein kleines, winziges Bäumchen mit ein paar Lichtern und Äpfeln und selbstgesuchten Nüssen und zwei Pfefferkuchenmännern, darunter für jedes ein Stück warmes Winterzeug und, wenn's hochkam, ein einfaches, billiges Spielzeug oder eine neue Schiefertafel, ja, das war alles. Doch von den wenigen kleinen Lichtern und von dem goldenen Stern an der Spitze des Bäumchens ging ein Leuchten aus, das seinen traulichen Schein durch das ganze Jahr verbreitete und dessen Abglanz in den Augen der Kinder jedes Mal aufleuchtete, wenn das Wort Weihnachten nur genannt wurde. Als es nun Winter geworden war und sie eines Abends behaglich um den Ofen saßen und die Mutter gerade eine schöne Weihnachtsgeschichte erzählt hatte, sah der kleine Werner eine ganze Weile ganz nachdenklich aus und fragte dann plötzlich, Mutter, wo wohnt denn der Weihnachtsmann? Die Mutter antwortete, indem sie den feinen Faden durch die Finger gleiten ließ und das Spinnrad munter dazu schnurrte, der Weihnachtsmann? Hinter dem Walde in den Bergen, aber niemand weiß den Weg zu ihm, wer ihn sucht, rennt vergebens in der Runde und die kleinen Vögel in den Bäumen hüpfen von Zweig zu Zweig und lachen ihn aus. In den Bergen hat der Weihnachtsmann seine Gärten, seine Hallen und seine Bergwerke, dort arbeiten seine fleißigen Gesellen Tag und Nacht an lauter schönen Weihnachtsdingen. In den Gärten wachsen die silbernen und goldenen Äpfel und Nüsse und die herrlichsten Marzipanfrüchte und in den Hallen sind die schönsten Spielsachen der Welt zu Tausenden aufgestapelt. Diese Geschichte kam Werner nicht wieder aus dem Sinn und er dachte es sich herrlich, wenn es ihm gelingen könnte, den Weg nach diesem Wunderlande zu entdecken. Einmal war er bis in die Berge gelangt und war dort lang umher gestreift, allein er hatte nichts gefunden als Täler und Hügel und Bäume wie überall. Die Bäche, die dort liefen, schwatzten und plauderten wie alle Bäche, allein verrieten sie ihr Geheimnis nicht. Die Spechte hackten und klopften dort, wie anderswo im Walde auch, und flogen davon, und an den Eichhörnchen, die eilig die Bäume hinaufkletterten, war auch nichts Besonderes zu sehen. Wenn ihm nur jemand hätte sagen können, wie der Weg in das wunderbare Weihnachtsland zu finden sei, er hätte das Abenteuer wohl bestehen wollen. Aber die Leute, die er danach fragte, lachten ihn aus, und als er deshalb der Mutter seine Not klagte, da lachte sie auch und sagte, das soll er sich nur aus dem Sinne schlagen. Was sie ihm damals erzählt habe, sei ein Märchen gewesen, wie andere auch. Aber der kleine Werner konnte die Geschichte doch nicht aus seinen Gedanken bringen, obgleich er nun niemand mehr danach fragte. Nur mit der kleinen Anna sprach er zuweilen beim Holzsammeln davon, und beide malten sich schöne Traumbilder aus, von den Herrlichkeiten des wunderbaren Weihnachtslandes. Der kleine Vogel An einem Morgen kurz vor Weihnachten nahm Werner das Küchenbeil über die Schulter und ging allein in den Wald. Denn der Förster, der den Knaben gern sah, hatte ihm auch in diesem Jahre wieder erlaubt, sich selbst ein Tannenbäumchen für den Weihnachtsabend abzuhauen. Ausgesucht hatten die Kinder sich dieses schon lange und waren nach vielem beraten und erwägen einig geworden, dass im ganzen Walde kein Schöneres zu finden sei. Es stand ziemlich weit draußen, ganz allein unter dem Schutz einer einzelnen alten Buche und war so nett und zierlich gewachsen, dass es eine wahre Freude war. Es war ein schöner, milder Wintertag. Die Sonne schien vom unbewölkten Himmel und der Waldboden war mit ein wenig Schnee wie mit Streuzucker gepudert. So recht ein Tag für die kleinen Waldvögel, die im Winter bei uns bleiben. Man hörte in der stillen Luft überall das muntere Zwitschern und Locken der Meisen und Goldhähnchen, die sich in kleinen Scharen in den Wipfeln herumtrieben und die feinen Zweiglein und Äste der Bäume gar emsig absuchten. Als Werner bei der alten Buche unter dem Tannenbäumchen angelangt war, setzte er sich eine Weile auf einen Baumstumpf, um sich auszuruhen. Rings war es so still wie in einer einsamen Kirche. Nur ein Bächlein ging mit seinem leisen Plätschern und dunklem Gewässer durch seine beschneiten Ufer hin. Und aus der Ferne kam zuweilen der scharfe Schrei eines Heers. Er verfiel wieder in seine alten Träumereien über das wunderbare Weihnachtsland. Und die Sehnsucht nach diesen Herrlichkeiten bemächtigte sich seiner so, dass er vor sich hin rief, ach, wer mir doch den Weg sagen könnte ins Weihnachtsland. Da ging ein lauteres Getön durch die Wellen des Baches, wie ein rieselndes Gelächter. Eine Waldmaus guckte aus ihrer Höhle am Stamm und kicherte mit feiner Stimme. Und im Wipfel der alten Buche wiegte und wogte es, als schüttelte sie den Kopf über solcherlei Torheit. In dem kleinen Tannenbaum, der vor ihm stand, zwitscherte es aber plötzlich fein und vernehmlich. Es war eine Blaumeise, die von Zweig zu Zweig hüpfte, bald oben saß, bald unten hing und dazu fort während ihren Ruf erklingen ließ. Ich weiß, ich weiß. Was weißt du? fragte Werner. Der kleine Vogel warf sich rücklinks von einem Zweig, schoss auf possierliche Art in der Luft Kobolds und saß dann wieder auf und rief, ich weiß den Weg, ich weiß den Weg. So zeig ihn mir, sagte Werner rasch. Nun fing der kleine Vogel wieder ein feines Gezwitscher an, aber der Knabe verstand alles. Bist gut gewesen, sagte er. Hast mir die Kinderchen beschützt, meine zehn kleinen Kinderchen. Ich weiß den Weg, ich zeig ihn dir, fix, fix. damit flog das Tierchen auf den nächsten Strau und weiter und Werner folgte ihm. Er hatte die Rede des Vogels anfangs nur halb begriffen. Doch zuletzt fiel es ihm ein, dass es eine Blaumeise gewesen war, durch deren ängstliches Geschrei in dem vergangenen Frühjahr zu der alten Boche gelockt wurde. Dort sah er, wie ein Heer vor dem Baumloche saß, in dem ihr Nest war, im Begriff, die kleinen nackten Meisenjung herauszuholen, um sie zu verzehren, indes die Mutter mit ihren schwachen Kräften unter jämmerlichem Schreien ihre Brut zu verteidigen suchte. Schnell hob er einen Stein auf und warf so glücklich, dass der Heer zu Tode zu Boden fiel. Nun wollte sich die kleine Blaumeise in ihrer Art dankbar beweisen. Sie flog immer von Busch zu Busch vor ihm her, dem Laufe des Baches entgegen, der aus den Bergen kam. Bald hob sich der Boden und der Bach plätscherte lauter zu Werners Füßen dahin. Dann gelangte er in ein ansteigendes Tal, das sich immer mehr verengte, indes die Seitenwände steiler wurden und zuletzt, als der Bach plötzlich um einen Felsvorsprung bog, sah Werner vor sich eine glatte Steinwand, die hoch aufragte und 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 oben mit mächtigen Tannen gekrönt war. Der kleine Vogel war plötzlich verschwunden, doch tönte seine Stimme von oben in der Ferne verhallend gleich, gleich. Werner setzte sich auf einen Felsblock und betrachtete die Steinwand. Sie war glatt und ohne Fugen und mit Moos und bunten Flechten bewachsen. Sonst war nichts an ihr zu sehen. So saß er und wartete. Der Bach schoss unablässig plätschern zur Seite. Aus einem Felsenspalt und aus den Tannenwipfeln kam das eintönige Singen der Zweige und sonst war kein Laut ringsum vernehmbar. Endlich hörte er ein leises Flattern über sich und eine Haselnuss fiel vor seine Füße. Nimm, nimm, rief der kleine Vogel. Beiß auf, beiß auf! Werner nahm die Nuss und betrachtete sie. Es war nichts Besonderes an ihr zu sehen, aber wenn man sie schüttelte, so klapperte es, als sei etwas Hartes eingeschlossen. Er knackte sie auf und fand einen zierlichen goldenen Schlüssel darin. Unterdessen war der kleine Vogel an die Steinwand geflogen, hatte sich dort mit seinen feinen Füßchen angehäkelt und pickte so emsig zwischen den Flechten herum, dass die Stückchen davon flogen. Endlich rief er hier, hier. Werner trat hinzu und bemerkte nun ein kleines, mit Silber eingefasstes Schlüsselloch. Der goldene Schlüssel passte ganz genau hinein und als Werner ihn umdrehte, da ging ein merkwürdiges, feines Klingen durch die Steinwand und es tat sich ganz von selbst eine schwere Tür auf, die so genau in ihren Rahmen passte, als sei sie eingeschliffen. Zugleich strömte eine warme, bläuliche Luft aus der Öffnung hervor und es verbreitete sich ein Duft nach ausgeblasenen Wachskerzen und angesenkten Tannennadeln. Oh, wäre ich das nach Weihnachten, sagte der kleine Werner. Der Vogel aber rief hinein, hinein, fix, fix. Kaum hatte Werner, dem doch etwas ängstlich zumute war, ein paar Schritte in den dunklen Gang hineingemacht, so fühlte er hinter sich einen Luftzug. Und plötzlich war es ganz finster, denn die Tür hatte sich lautlos wieder geschlossen. Nun sank ihm doch ein wenig der Mut, da jede Rückkehr abgeschlossen war, aber da zugleich einsah, dass Zittern und Zagen hier nichts helfe, so tappte er entschlossen in dem finsteren Gange weiter. Das Weihnachtsland bald wurde es heller vor ihm und dann trat er hinaus in eine wunderliche Gegend, wie er eine solche noch niemals gesehen hatte. Es war dort warm, doch war es nicht Sommerwärme, die ihm entgegenschlug, sondern eine Luft, wie sie in geheizten Stuben zu sein pflegt, angefüllt mit allerlei süßen Düften. Auch schien keine Sonne an dem Himmel, und doch war überall eine gleichmäßige Helle verbreitet. Von der Gegend selbst sah er nicht viel, denn hinter ihm stand die hohe Felsenwand, durch die er hereingekommen war, und ringsum verdeckten die Aussicht viele hochgewachsene Sträucher, an denen die seltsamsten Früchte wuchsen. Als er verwundert und staunend zwischen diesen Gewächsen ein Heerschritt, fand er bald eine breite Allee, die auf ein fernes Gebäude zuführte. Zu beiden Seiten war sie mit großen Apfelbäumen eingefasst, auf denen goldene und silberne Äpfel wuchsen. Alte, gnomartige Männer mit eisgrauen Bärten und schöne junge Kinder waren eifrig beschäftigt, sie zu pflücken und in große Körbe zu sammeln, deren viele schon mit ihrer schimmernden Last ganz gefüllt dastanden. Keiner von diesen Leuten achtete aber auf den kleinen Werner, der unter steter Verwunderung auf das Gebäude im Hintergrunde, das sich jetzt als ein großes Schloss mit ragenden Türmen und vergoldeten Kuppeln und Dächern darstellte, zuschritt. An den Seiten des Weges lagen viele Felder, die in Beete geteilt und mit niedrigen Gewächsen bestanden waren. Auch hier herrschte überall eine emsige Tätigkeit einzusammeln und zu ernten. Und auf den einzelnen Feldern, die sich je nach der Art ihre Gewächse in verschiedenen Farben hervorhoben, waren überall zierliche, bunte Gestalten zu sehen, die kleine, zweiräderige Karren mit goldfarbigen, zottigen Pferdchen bespannt, fleißig beluden. Als sich Werner dem Schloss ernährte, fiel es ihm auf, dass sich ein Duft nach Honigkuchen immer stärker verbreitete. Und als er näher zusah, bemerkte er, dass das ganze Schloss aus diesem süßen Stoff erbaut war. Der Unterbau bestand aus groben Blöcken und die Wandflächen aus glatten Tafeln, die durch eingedrückte Mandeln und Zitronat mit den herrlichsten Ornamenten verziert waren. Und die köstlichsten Reliefs aus Marzipan, die überall eingelassen waren, die Balustraden und Galerien und Balkone aus Zuckerguss, die prächtigen Statuen aus Schokolade, die in vergoldeten Nischen Nischen standen und die schimmernden bunten Fenster, zusammengesetzt aus durchsichtigen Bonbon-Tafeln, für wahr, das war ein Schloss, so recht zum Anbeißen schön. An der kunstreichen Eingangstür war der Knopf eines Klingelzuges von durchsichtigem Zucker angebracht. Der kleine Werner, fast um Mut, umzog kräftig daran. Aber kein Glockenton erschallte, sondern es schrie inwendig so laut Kikkerikki, dass der Knabe erschrocken zurücktat. Dann wiederholte sich der Ruf wie ein Echo mehrmals immer ferner und leiser im Innern des Gebäudes. Und dann war's still. Jetzt taten sich leise die Türflügel auseinander und in der Öffnung erschien eine sonderbare Persönlichkeit, die Werner, wenn sie nicht gelebt und sich bewegt hätte, unbedingt für einen großen Hampelmann angesehen haben würde. Putz, Knittergold, sagte diese lustige Person. Besuch, das ist ja ein merkwürdiger Vorfall. Und damit schlug aus Verwunderung oder Vergnügen ein paar Mal sämtliche Gliedmaßen über dem Kopf zusammen, so dass es beinahe schauderhaft anzusehen war. So dann fragte er, indem er Arme und Beine fortwährend hin und her schlenkerte, Was willst du denn, mein Junge? Wohnt hier der Weihnachtsmann? fragte der kleine Werner. Gewiss, sagte der Hampelmann. Und ihre Gnaden sind zu Hause, aber sehr beschäftigt, sehr beschäftigt. Damit forderte er den Kleinen auf, ihm zu folgen, indem er sich in seltsamer Weise unter unablässigem Schlenkern seit Bats fortbewegte. Denn anders ließ es die eigentümliche Beschaffenheit seiner Gliedmaßen nicht zu. Er führte den Knaben durch einen Vorsaal, dessen Wände aus Marzipan bestanden und dessen Decke von Säulen aus polierter Schokolade getragen wurde, an eine Tür, vor der zwei riesigen Nussknacker in großer Uniform und mit ungeheuren Beerenmütze Wache standen, ließ ihn hier warten und ging hinein. Die Nussknacker betrachteten unterdessen den kleinen Werner mit großen lackierten Augen, schielten sich sich dann unter einem unbeschreiblich hölzernen Grinsen gegenseitig an und dabei knuckerte es in ihn, als ob sie mit dem Magen lachten. Nun kam der Hampelmann wieder heraus, machte von seitwärts eine sehr schöne Verbeugung und sagte »Der gnädige Halles bitten«. Da ruckten sich die Nussknacker zusammen und schlugen mit den Zähnen einen Wirbel, der ganz außerordentlich war. Als der kleine Werner in das Zimmer des Weihnachtsmannes eintrat, erstaunte er sehr, denn dieser sah nicht im Mindesten so aus, wie er ihn sich vorgestellt und wie er ihn auf Bildern abgemalt gesehen hatte. Zwar besaß er einen schönen, langen, weißen Bart, wie es sich gehört, allein auf dem Kopf trug er ein blaues, mit goldgesticktes Hauskäppchen und sonst war gekleidet in einen langen Schlafrock von gelber Seide und saß vor einem großen Buch und schrieb. Aber dieser Schlafrock war so mit wunderbarer Stickerei bedeckt, dass man ihn wie ein Bilderbuch betrachten konnte. Darauf waren zu sehen Puppen und Hans Würste und sämtliche Tiere aus der Arche Noas Trommeln Pfeifen Violinen Trompeten Kränze und Kringel und Sonne und Mond und Sterne. Der Weihnachtsmann legte seine Feder weg und sagte »Wie kommst du hierher, Junge?« Werner antwortete »Der kleine Vogel hat mir den Weg gezeigt.« »Seit hundert Jahren ist kein Besuch hier gewesen«, sagte der Weihnachtsmann so dann. »Und dieser kleine Bengel bringt es fertig? Na, dafür sollst du auch alles sehen. Ich habe zwar keine Zeit, aber meine Tochter soll dir alles zeigen. Goldflämmchen, komm mal her«, rief er dann, wir haben Besuch. Da raschelte und flitterte es im Nebenzimmer und ein schönes kleines Mädchen sprang in die Stube, das hatte ein Kleidchen von Rauschgold an und flimmerte und blinkte am ganzen Leibe. Es trug ein goldenes Flitterkrönchen auf dem Kopf und auf dessen oberster Spitze saß ein leuchtendes Flämmchen. »Ei, das ist hübsch«, sagte das Mädchen, nahm den kleinen Werner bei der Hand und rief »Komm mit, fremder Junge« und lief mit ihm zur Tür hinaus. Das Weihnachtslager Sie gelangten in einen großen Gang und dort war eine lange Reihe von hölzernen Rollpferden angebunden, Schimmel, braune Füchse und Rappen. »Nun, such dir eins aus«, sagte Goldflämmchen. Werner wählte einen schönen lackierten Grauschimmel, der auf dem Hinterteil gar herrlich mit apfelähnlichen Flecken geziert war, und Goldflämmchen bestieg einen spiegelblanken Rappen. »Ehi«, rief sie dann, und schnurrollten die Pferdchen mit ihnen davon, den Gang entlang, dass dem kleinen Werner die Haare flogen und das Flämmchen auf der Flitterkrone des Mädchens lang zurückwehte. Als sie an die Tür am Ende des Ganges kamen, rief sie »Ola!« Da tat sich diese von selbst auf, und sie sausten hindurch in einen großen Saal hinein, in dessen Mitte sie anhielten. Sie stiegen von ihren Rösslein, und Goldflämmchen sagte »Dieser Saal ist der Blei-Saal!« An den Wänden zogen sich bis an die Decke hinauf offene Wandschränke mit Borten über Borten hin, und darauf standen, in Schachteln verpackt, unzählige Heere von Jagden, Schäffereien, Schlittenpartien, Menagerien, und was es aus Blei nur alles gibt. Kleine schwarzbärtige Zwerge stiegen eilfertig auf den Leitern auf und ab und luden die Schachteln auf Karren, die sie hinausrollten, um draußen größere Wagen damit zu befrachten. Als sie Werner und Goldflämmchen erblickten, rollten sie schnell ein paar Lehnstühle von Goldbrokat herbei, und Goldflämmchen rief »Es soll gleich eine große Parade sein!« Sie setzten sich und hatten kaum eine halbe Minute gewartet. Da ging's »Trarie Trara« unter dem einen Wandschrank und Hirsche, Hasen und Füchse brachen hervor, hinterher die kläffende Hundemeute und die Jäger zu Pferde mit Hussa, Hörnerklang und Peitschenknall. Dann flimmerte es auf einmal in der Luft und feiner Schnee fiel hernieder. Als der Boden weiß bedeckt war, kam mit lustigem Schellengeklingel eine Schlittenpartie zum Vorschein und sauste vorüber. Die Vorderteile der Schlitten waren gebildet wie Schwäne, Löwen, Tiger und Drachen und darin saßen Herren und Damen in schönen Pelzen. Und wenn sie vorüber kamen, warfen sie mit kleinen Schneebellen die Damen nach Werner und die Herren nach Goldflämmchen. Wenn man aber in solchen Schneebell näher sich besah, dann war seine Zuckererbse in Seidenpapier gewickelt. Der Schnee verlor sich wieder und mit lieblichem Glockengeläut zogen nun Hirten und Hirtinnen mit ihren Herden vorüber. Dann niedliche Gärtnerin mit Früchten und Blumenkränzen, Don Wahrsager, Musikanten, Drahtbinder, Seiltänzer, Kunstreiter und solcherlei fahrendes Volk und zuletzt Herr Hagenbeck aus Hamburg mit einer afrikanischen Tierkarawane, mit Giraffen, Elefanten, Nilpferden, Nashörnern, Zebras und Antilopen. Die Löwen und Panther fuhren Käfigen auf Kleinwagen hinterher und brüllten ungemein, da sie wahrscheinlich der Ansicht waren, sie brauchten sich dergleichen nicht gefallen zu lassen. Nach Beendigung dieser lustigen Parade bestiegen die beiden Kinder wieder ihre Rösslein und fuhren weiter. Es war ungeheuer, was der kleine Werner alles zu sehen bekam. Den großen Puppensaal, aus dem er sich nicht viel machte und von dem er nur wünschte, dass Anna ihn sehen möchte. Das Theatermagazin, in dem auf Goldflämpchens Geheiß gleichzeitig in tausend Theatern tausend verschiedene Stücke gespielt wurden, was einen erbärmlichen Spektakel abgab. Den Baukastenspeicher, das Lager musikalischer Instrumente, das Magazin hölzerner Tiere, die Bilderbücherei, den Malkastenboden, den Wachslichtersaal und dergleichen mehr, sodass er ganz ermüdet war, als sie endlich in der großen Marzipan-Niederlage anlangten. Nun wollen wir essen, sagte Goldflämpchen. Sofort schleppten sechs kleine Konditorburschen in weißen Jacken und Schürzen und breiten weißen Mützen einen Tisch herbei, deckten ihn und besetzten ihn in großer Geschwindigkeit mit den herrlichsten Gerichten. So etwas hatte der kleine Werner noch niemals vor seinen Schnabel bekommen. Da waren Leipziger Lärchen von Marzipan inwendig mit Nusscreme gefüllt, Quittenwürste, Schinken von rosigem Schmelzzucker, Pastetchen mit Erdbeermus und unzählige Sorten eingezuckerter Früchte. Dazu tranken sie Ananaslimonade, die mit feiner Vanillecreme bedeckt war. Und hinter ihnen standen immer die sechs kleinen Konditorburschen, bereit auf jeden Wunsch zu springen und es verlangte zu holen. Zum Nachtisch gab es, wie es Goldflämpchen besonders bemerkte, etwas extra Feines. Nämlich getrocknetes Schwarzbrot und Berliner Kuhkäse. Solche gewöhnlichen Gerichte waren nämlich in diesem Lande so selten und so schwer zu haben, dass sie für die allerschönsten Delikatessen galten. Nach dem Essen wurden die Holzpferde wieder vorgeführt und Goldflämpchen sagte, so, nun geht's in die Bergwerke. Sie stiegen auf und sausten auf den vortrefflichen Tieren zum nächsten Tore hinaus. Die Bergwerke Sie ritten durch Felder dahin, auf denen die herrlichsten Früchte und Gemüse wuchsen, die alle aus Marzipan, Schmelzzucker oder Schokolade mit Creme gefüllt bestanden. Sie ritten mit sausender Eile durch herrliche Alleen von Obstbäumen auf das Gebirge zu, das teils mit weißen, glänzenden Abhängen wie Kreidefelsen, teils finster und dunkel, als wenn es aus Basaltbestände vor ihnen lag. Aber die Kuppen der Schwarzen Berge waren ebenfalls glänzend weiß, als seien sie beschneit. Du denkst wohl, dort liegt Schnee, sagte Goldflämpchen. Wenn es hier schneit, dann schneit es nur Streuzucker. Endlich sah Werner eine hohe, abgestufte, weißglänzende Felsenwand vor sich liegen, an der Hunderte von Arbeitern in allen Stockwerken mit Pochen und Hämmern fleißig beschäftigt waren. Sie ritten dicht heran und stiegen dann ab. Dies ist der große Zuckerbruch, sagte Goldflämpchen. Diese ganzen Felsen bestehen aus dem schönsten weißen Kolonialzucker. Ganz in der Nähe war der Eingang einer Höhle sichtbar und als sich ihr Werner und Goldflämpchen näherten, liefen eilfertig einige von den Bergleuten herbei, zündeten Fackeln an und leuchteten ihnen. Sie schritten tief in den Berg hinein, die Wände schimmerten und blitzten im Widerschein des Fackellichtes und plötzlich traten sie hinaus in einen mächtigen Hohlraum, dessen Wände dicht mit riesenhaften Kristallen von durchsichtigem Kandiszucker bedeckt waren und im Lichte der Fackeln prächtig flammten und blitzten. Die große Kandishöhle, sagte Goldflämpchen. Sie schritten hindurch und kamen an einen Ort, wo die Bergleute fleißig hämmerten und pochten und neue Gänge in das Gebirge trieben. Diese suchen nach Schmelzzucker, sagte Goldflämpchen. Der kommt in dieser Gegend in großen Nestern eingesprengt vor. Wenn sie ein solches finden, so holen sie ihn mit großen Löffeln heraus. Plötzlich, als sie noch weiter vordrang, veränderte sich auf einen Schlag das Gebirge. Statt weiß und glänzend sah es matt und dunkel braun aus und roch nach Vanille. Wir kommen in die Schokolade, erklärte Goldflämpchen. Hier waren viele Leute geschäftigt und hatten wie in einem Salzbergwerk große Hallen herausgebrochen, in denen nur einzelne Pfeiler stehen geblieben waren. Die feinste Vanilleschokolade gab es nämlich nur im Innern des Berges, während der Tagebau draußen bloß Gewürzschokolade lieferte. Als sie dort endlich wieder ins Freie traten, bemerkte Werner einen rauschenden Bach, der aus einer Schlucht des Gebirges hervorkam und dem Tale zuströmte, wo er Mühlen trieb, die die Schokoladenblöcke in Tafeln zersägten. Willst du mal trinken? fragte Goldflämmchen. Es schmeckt gut, es ist Eitel Likör. Der kleine Werner hatte einen mächtigen Durst bekommen von den vielen Süßigkeiten, die er genossen und gesehen hatte. Und aus dem Bache stieg ein so frischer verlockender Duft auf, dass er den Becher eilig ergriff, den ihm ein gefälliger Bergmann reichte und ihn auf einen Zug austrank. Aber kaum hatte ihn gelehrt, da fing die Welt an, in höchst sonderbarer Weise, um ihn umher zu gehen. Er sah zwei Goldflämmchen, vier Goldflämmchen, hundert Goldflämmchen, die vor seinen Augen flimmerten und blitzten und schließlich zu einem leuchtenden Schein zusammenflossen. Und in diese goldene Flut hinein schwamm seine Besinnung und war weg. Schluss Der erste Ton, den der kleine Werner wieder vernahm, war das Zirpen einer Blaumeise. Er bemerkte mit Verwunderung, dass er auf dem Baumstumpf unter der alten Buche saß. Vor sich den kleinen Tannenbaum. Die Blaumeise zirpte und hüpfte wie vorhin in den Tannenzweigen, allein Werner verstand nicht mehr, was sie sagte. Dann flog sie empor und verlor sich in dem Gezweige der Buche. Mit Schrecken fiel ihm jetzt ein, dass es bald Abend sein müsse und seine Mutter gewiss schon voller Angst auf ihn gewartet habe. Allein als er nach dem Stande der Sonne blickte, ward er mit Erstaun gewahr, dass kaum eine Viertelstunde vergangen sein konnte, seit er diesen Ort verlassen hatte. Er konnte sich dies verwunderliche Ding nicht erklären, da er jedoch zu begierig war, seiner Mutter und der kleinen Anna seine sonderbaren Erlebnisse mitzuteilen, so hieb er schnell den Tannenbaum ab und begab sich, so schnell er es mit seiner Last vermochte, nach Hause. Als er hier mit glänzenden Augen und fliegender Hast alles erzählt hatte, war seine Mutter ganz böse und sagte, er solle sich nicht unterstehen, noch einmal bei solchem Wetter im Walde einzuschlafen. Wenn es nur etwas kälter gewesen wäre, hätte er den Tod davon haben können. Hinterher aber schüttelte sie den Kopf und meinte im Stillen, wo der Junge nur all das wunderliche Zeug herträumt. Anna aber lief dem kleinen Werner, der weint, dass ihm die Mutter keinen Glauben schenkte, hinausgegangen war, eilend nach und warb nicht müde, ihn auszufragen. Besonders Goldflämmchen und den Puppensaal musste er immer wieder beschreiben, so dass er ganz getröstet wurde und die Geschichte noch einmal von vorn erzählte. Er musste sie ihr all die folgenden Tage, wer weiß, wie oft wiederholen, und einmal gingen beide in den Wald, um den Ort zu suchen, wo der Eingang in das wunderbare Land gewesen war. Allein, ob sie gleich bis an die Stelle vordrang, wo der kleine Bach aus einer sumpfigen Waldwiese entsprang, nirgends fanden sie einen Ort, der auch nur im Mindesten auf die Beschreibung Werners gepasst hätte, so dass dieser ganz verwirrt und beschämt vor Anna dastand und nicht wusste, wie ihm geschah. So kam der Weihnachtstag heran. Vorher hatte es zwei Tage mächtig geschneit, so dass die Welt recht weihnachtsmäßig und wie es sein muss aussah. Es war schon finster geworden und die Kinder saßen erwartungsvoll in der dunklen Kammer und flüsterten miteinander und horchten auf die Mutter, die in der hellen Weihnachtsstube herumkramte und die kleine, dürftige Bescherung aufbaute. Da kam es von Ferne auf einmal wie Schlittengeklingel näher. Das kam näher und näher heran und dazwischen knallte lustig eine Peitsche. Nun war es ganz nah und plötzlich hielt es an, man hörte die Pferde vor dem Hause stampfen und nur noch leise die Schellen klingeln, wenn die Tiere den Kopf bewegten. Der Weihnachtsmann, das ist der Weihnachtsmann, rief Werner. Nun hörten sie Türen gehen und eine Männerstimme sprechen und plötzlich rief die Mutter, Kinder, kommt herein, der Onkel ist da. Werner und Anna liefen in die Stube und sahen dort einen Mann in großem Reisepelz, der ihnen beide die Hände entgegen streckte und rief, kommt her, liebe Kinder. Dann hob er sie einzeln auf und küsste sie und sagte, ihr sollt mit mir kommen in die Stadt und bei mir in meinem großen Hause wohnen. Ich will euer Vater sein und euch zu tüchtigen Menschen erziehen. Unterdessen ging ein riesiger Kutscher mit einer Pelzmütze, einem langen weißen Bart und einem Mantel mit sieben Kragen immer ab und zu und trug viele große Pakete in die Stube. Als diese später geöffnet wurden, ging eine Menge der schönsten Dinge daraus hervor, so, dass es eine Weihnachtsbescherung gab, wie sie in diesem Hause noch nie erlebt worden war. Als später Werner und Anna zu Bette ging, flüsterte ihr geheimnisvoll zu, weißt du, wer der Kutscher war mit der Pelzmütze, dem langen weißen Bart und dem großen Mantel? Es war der Weihnachtsmann, ich hab ihn wohl wiedererkannt, der hat mir mit den Augen zugezwinkert. Wie aber war der alte reiche Onkel, der als menschenscheuer Geizhals allein lebte und sich niemals um seine arme Schwester und ihre Kinder gekümmert hatte, zu einer solchen guten Tat gekommen? Na, er hat es nachher selbst erzählt. In der Nacht nach dem Tage, an dem Werner den Weihnachtsmann besuchte, hatte der Onkel einen seltsamen Traum gehabt. Ein Mann mit einer blauen Sammetkappe und einem langen weißen Bart stand in einem goldenen Talar gehüllt plötzlich vor ihm, schaute ihn mit mächtigen blauen Augen eine Zeit lang durchdringend an und sprach langsam und nachdrücklich Konrad Borodin hast du eine Schwester? Da überkam ihn ein solches Gefühl der Angst, dass er nicht zu Antworten vermochte. Dann schwand die Erscheinung allmählich hinweg und nur die Augen waren immer noch drohend auf ihn gerichtet. Diesen Traum hatte er drei Nächte hintereinander gehabt. In der Zwischenzeit wurde er von einer unbeschreiblichen Unruhe in seinem öden und toten Hause umhergetrieben und immer dröhnte der tiefe vorwurfsvolle Klang dieser Traumes in seinem Ohr. Endlich am Morgen nach der dritten Nacht lief er in die Stadt und kaufte zur großen Verwunderung aller Leute die seinen früheren Geiz kannten die herrlichsten Dinge zusammen bestellte einen Schlitten packte alles hinein und fuhr ohne weiteres zu seiner armen Schwester Der kleine Werner hat nachher etwas Tüchtiges gelernt und ist ein berühmter und angesehener Mann geworden Er hat mir diese Geschichte selbst erzählt Ein Weihnachtsmärchen Es war einmal ein armer Student, der war recht einsam und allein und hatte keinen Menschen auf der weiten Welt, der sich um ihn gekümmert hätte. Und er hätte doch so gerne jemanden gehabt, den er so recht innig hätte lieben können. Manchmal saß er wohl in den schönen Sommernächten, wenn der Mond schien am offenen Fenster seiner kleinen Dachstube und schaute hinaus über die Dächer der großen Stadt, wie sie im Mondenlichte da lagen. Und dann dachte er, obwohl er noch einmal für ihn schlagen möge, ob er in dieser großen weiten Stadt noch einmal jemanden finden werde, der ihn so recht lieb habe und den er so recht lieb haben könne vom Grunde seines Herzens. Und der Mond schien ihm voll ins Anblitz, und die Sterne blitzten hell hernieder. Und freute sich an den lustigen Spielen der Kinder und über die fröhlichen Spaziergänger, oder er suchte sich eine einsame Stelle, um ungestört seinen Gedanken nachzuhängen. Eines Tages im Sommer, als er so in der Dämmerung durch die Straßen ging, begegnete ihm ein Mann mit einem Hundekarn. Es war ein recht sonderbarer Mann. Er war nicht groß und etwas buckelig und trug einen langen grauen Rock mit großen Taschen darin. Ein großer, schwarzer Hut mit breiter Krampe verdeckte sein kleines, graubärtiges Gesicht, sodass, wenn er mit seinen tiefliegenden, dunklen Augen jemanden ansehen wollte, er den Kopf ganz in den Nacken legen musste. Er sah mit dem zugeknöpften langen Rocke und dem breitkrempigen Hute beinahe wie ein riesiger Pilz aus. Sein Hund war grau und langhaarig, hatte krumme Beine und einen zottigen Kopf mit klugen Augen. Der Mann ließ seinen Wagen auf der Straße stehen und ging in die Häuser, denn er kaufte Lumpen, Knochen und all solche Dinge, welche kein Mensch mehr gebrauchen konnte. Hermann sah dem grauen Mann eben nach, wie er in ein Haus ging, als ein Straßenjunge ankam und den armen, grauen Hund, der sich nicht wehren konnte, mit einem Stock geneckte. Als der Hund knurrte und bellte und nach dem Stock schnappte, fing er sogar an, ihn zu prügeln, indem er sich an dem Gewinsel des armen Tieres ergötzte. Hermann geriet in gewaltigen Zorn darüber, riss dem Jungen den Stock aus der Hand und, indem er ihn herzhaft damit prügelte, sagte er, Warte nur, du sollst auch einmal fühlen, wie das tut. Der graue Mann war eben wieder aus der Tür getreten und bat Hermann einzuhalten. Lassen Sie den Jungen nur laufen, er wird es gewiss nicht wieder tun, meinte er. Hermann ließ den brühenden und ganz verdutzten Jungen los und streichelte den Hund, der ihm dankbar die Hand leckte. Der alte Mann aber sah den armen Studenten recht freundlich an, drückte ihm die Hand und sagte, Das will ich Ihnen gedenken. Komm, Bello! Hermann hörte noch, wie der alte Mann und sein Bello weiterfuhren, dass er vor sich hin murmelte, das will ich ihm gedenken. Und Bello wedelte dazu mit dem Schwanze, als wolle er dasselbe sagen. Oft noch begegnete Hermann dem Lumpensammler auf der Straße. Dann nickten sie sich einander freundlich zu und Bello sprang und bellte vor Freude. Der Sommer verging. Es ward Herbst, bald fielen die ersten Schneeflocken. Und dann kam die schöne Weihnachtszeit. Der arme Student hatte aber keinen Menschen, der ihm etwas geschenkt hätte. Kein Menschen, der an diesem Abend seiner gedachte. Am heiligen Abend, als es dunkel wurde, wanderte er durch die Straßen der Stadt, durch das Treiben und Drängen des Weihnachtsmarktes, und er war recht traurig und allein. Er bog in eine dunkle Gasse. Es wurde ihm so weh in dem bunten Treiben. Und da hörte er sich plötzlich angerufen und sah den alten, grauen Mann in der Türe eines verfallenen Hauses stehen. Bello sprang ihm fröhlich entgegen. »Kommen Sie herein«, sagte der Mann. »Heute will ich Ihr Weihnachtsmann sein.« Er führte ihn in ein kleines, warmes Stübchen. Eine Lampe stand auf dem Tische. Davor lag eine aufgeschlagene Bibel. An den Wänden waren auf Borden allerlei Gegenstände aufgestellt, brauchbare und nicht brauchbare Dinge. Bücher und Gläser, Kochgeräte und alte Bilder, zerbrochene Töpfe und tausend andere Gegenstände, wie sie im Laden eines Trödlers sich finden. Hermann und der alte Mann setzten sich an den Tisch. Dieser setzte eine große Hornbrille auf und las mit zitternder Stimme das Weihnachts-Evangelium. Andächtig saß Hermann und hörte zu, und Bello spitzte seine Ohren und sah seinen Herrn so klug an, als ob er alles verstände. Die zitternde Stimme des Alten aber hob sich mehr und mehr, und klar und deutlich schloss er mit dem Spruche der Engel, »Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden«, »und den Menschen ein Wohlgefallen«. Dann kramte er in einem Auszuge herum und brachte eine Flasche Wein und einen großen Kuchen herbei. »Jetzt wollen wir Weihnacht feiern«, sagte er, »und Kuchen essen und Wein trinken.« »Heute ist alle Welt Kuchen, und Bello bekommt auch welchen.« »Das soll uns schmecken, nicht, Bello?« Er schenkte den Wein in zwei funkelnde, geschliffene Kristallgläser und forderte Hermann auf, zu trinken. Wie duftete das! Wie feurig rollte ihm das Blut durch die Adern! Es war ihm, als verduftete der Wein ihm auf der Zunge. Er glaubte, lauter Geist zu trinken. Wie anders erschien ihm jetzt das ärmliche Gemach des Trödlers. Kostbare Vasen und herrliche Glasgefäße, die er zuvor für zerbrochene Töpfe gehalten, schimmerten an den Wänden. In den Ecken und Winkeln raschelte und huschte es geheimnisvoll. Zuweilen schien es ihm, als sehnen bärtige Zwergenköpfe hinter den mächtigen, goldverzierten Büchern hervor, oder guckten aus den bunten Vasen heraus. Aber wenn er schärfer hinsah, war nichts Ungewöhnliches zu sehen. Der Alte hatte sich einen bunten Schlafrock angezogen und eine hohe, spitze Mütze aufgesetzt, so, dass er aussah wie ein Zauberer. Jetzt besehen wir Bilder, sagte er und legte einen großen Folianten auf den Tisch. Dann schlug er das Buch auf und berührte die Bilder mit einem bunten Stäbchen. Da war es, als würde alles lebendig. Wie das lebte und wimmelte. Da war ein Weihnachtsmarkt. Da waren Läden mit Spielsachen und bunten Pyramiden. Wie die Lichter schimmerten. Die Menschen gingen und kauften. Dort standen auch Tannenbäume und eine arme Frau hatte sich einen ganz kleinen Tannenbaum gekauft. Ihre beiden kleinen Kinder hatten sie ans Kleid gefasst und waren sehr glücklich. Nun bekamen auch sie einen Tannenbaum. Hermann glaubte, das Rufen der Verkäufer und die klagenden Töne der Drehorgel zu hören. Gingen nicht die Leute durcheinander? Das war ja kein Bild. Das lebte alles und war wirklich. »Umschlagen«, befahl der alte Mann. Und Hermann glaubte, einen Zwerg unter dem Blatt zu bemerken, welcher rasch umschlug und dann verschwand, als wäre er in das Bild hineingekrochen. Das war ein Seesturm, wie die Wellen wogten und schäumten. Ein Schiff tanzte auf den Wellen. Das Wasser spritzte über das Deck hin. Das war ein Weihnachtsabend auf dem Meer. An der Lehseite, geschützt vor Wellen und Wind, saßen Matrosen und rauchten und schwatzten miteinander. Den Arm um den Mast geschlungen, stand aber unbekümmert um Wind und Wetter der braune Schiffsjunge. War es Salzwasser oder waren es Tränen, die sein Gesicht benetzten? Jetzt sprangen seine Geschwister um den grünen, strahlenden Tannenbaum. Jetzt dachte seine Mutter an ihn und weinte wohl und betete für den Sohn auf dem weiten, wilden Meer. Es war Weihnachtsabend und er noch so jung. Ein anderes Blatt war aufgeschlagen. Das war eine lustige Gesellschaft. Auf dem Tische stand ein Tannenbaum mit vielen Lichtern. Studenten saßen um den Tisch und tranken Punsch. Sie wollten auch Weihnacht feiern, auf ihre Weise. An dem Tannenbaum hingen allerlei närrische Sachen, Kinderflöten, Hampelmänner und komische Puppen mit großen Köpfen. Drunter lag Papier und Körbe standen umher. Da hatten sie ausgepackt, was ihnen aus der Heimat geschickt war. Briefe und Geschenke waren dabei gewesen, von Eltern und Liebenverwandten und wollene Strümpfe und viele Pfeffernüsse. Der eine hatte eine Mettwurst gefasst und sah sie an, als wollte er sagen, du sollst mir schmecken. Es saß auch einer etwas an der Seite. Der hatte eine bunte, gestickte Brieftasche in der Hand und küsste sie heimlich. Und es war, Herrmann, als höre er Gläser kling und fröhliches Gelächter. Nun sah er ein trauriges Bild. Der Vater lag auf dem Sterbebette, die Mutter hatte die Hände unter seinen Kopf gelegt und hielt ihn, dass er seine Kinder noch einmal sehe. Die standen um das Bette herum und weinten. Es war auch ein kleiner, blonder Krauskopf dabei, der weinte recht erbärmlich. Aber er weinte wohl nicht um den Vater, denn sein kleiner Verstand begriff noch nicht, was sterben heißt. Er weinte, weil er nicht lachen und springen durfte und weil er keinen Tannenbaum haben sollte wie die anderen Kinder. Und das ist ein großes Herzeleid. Und die Blätter wurden umgeschlagen und Herrmann saß und schaute und vergaß alles um sich her. Und er lachte und weinte vor Freude über alles Herrliche, was sich seinen Blicken zeigte. Immer lebendiger wurden die Bilder. Ihm war, als schaue er in einen Rahmen hinein, in die wirkliche Welt. Und nun das Buch zu Ende war, rauschten die Blätter und wuchsen und breiteten sich aus. Grüne Tannenzweige schossen zwischen den Blättern auf, höher und höher und lichte Funken sprühten dazwischen. Aus den Wänden drängte es sich hervor, grün und lustig. Die Decke wuchs höher und höher. Es war, als drängten die Tannenzweige sie auseinander. Lichter flimmerten auf den Zweigen und aus dem Fußboden sprosten mächtige Blumen mit geschlossenen Knospen. Sie taten sich auf mit süßem Duft und lustige Gestalten schwebten hervor mit zarten Flügelchen. Sie flogen anmutig durch die Luft und als Hermann aufsah, war aus den Blättern des Buches ein mächtiger Tannenbaum hervorgewachsen mit tausend strahlenden Lichtern. Die lichten Gestalten umschwebten ihn und flatterten und spielten zwischen den grünen Zweigen. Hermann bemerkte jetzt, dass er ganz allein sei. Plötzlich aber taten sich die Tannenzweige voneinander und ein schönes Mädchen trat hervor in einem weißen Kleide mit einem Fichtenkranz im Haar. Sie nahm Hermann bei der Hand und sie stiegen wie auf einer Wendeltreppe hinauf in den mächtigen Tannenbaum. Hermann wagte nicht zu sprechen, ihm war so feierlich zumute und das Mädchen war so schön. Es war ihm immer, als höre er in der Ferne die mächtigen Töne einer Orgel und den Gesang andächtiger Menschen. Sie stiegen immer höher und zuweilen sah er durch die Zweige den dunklen Nachthimmel mit seinen blitzenden Stern. Oben aber sah er plötzlich hinaus über die ganze Stadt. Die Häuser strahlten und leuchteten im Weihnachtsglanze und fröhliche Stimmen drang zu ihm herauf. Sieh empor, sagte das Mädchen. Und er sah einen weißen Nebel am Himmel und er zerriss plötzlich. Und es war, als sehe er mitten in den Himmel hinein. Da schwebten in strahlenden Wolken Engel in weißen Gewändern auf und nieder und trugen Palmzweige in den Händen. Und sie sagten, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Aber es ist nun hohe Zeit, dass sie nach Hause gehen, schnarrte ihm plötzlich die Stimme des alten Trödlers ins Ohr. Es ist bald Mitternacht. Und da saß er wieder am Tische und alles sah ganz gewöhnlich aus. Das Buch war fort und der Alte kramte in einer Schublade. Sie schliefen wohl recht schön, meinte er jetzt. Hab ich denn geträumt, sagte Hermann ganz verwirrt. Gehen Sie zu Bette, Sie sind müde, sagte der Alte. Und hier will ich Ihnen auch etwas schenken, das kann ein fleißiger Student wohl gebrauchen. Damit drückte er ihm ein altes, wunderlich geformtes Schreibzeug in die Hand und schob ihn zur Tür hinaus. Und als Hermann durch die gasbeleuchteten Straßen nach Hause wankte, da war es ihm wie ein Traum. Als Hermann am anderen Morgen später wachte, glaubte er, er hätte alles geträumt. Aber da sah das Schreibzeug auf dem Tische stehen, welches ihm der alte Mann geschenkt hatte. All die bunten Bilder zogen an seinem Geiste vorüber, welche er am vergangenen Abend geschaut hatte. Er stand auf und sah aus dem Fenster. In der Nacht war Schnee gefallen. Da lagen all die weißen Dächer im Sonnenschein, der Himmel war klar und die Sperlinge zwitscherten und die Luft war voller Glockenklang. Es war ein schöner Weihnachtstag. Als Hermann zur Kirche ging, sahen den Fenstern die Kinder mit ihren neuen Spielsachen spielen. Sie hatten alle neue Weihnachtskleider an und glückliche Augen und selige Gesichter. Vor einer Haustür stand ein ganz kleines Mädchen mit ihrer größeren Schwester. In der einen Hand hatte sie eine Puppe, in der anderen eine Pfeffernuss. Da, Mann, sagte sie und hielt Hermann die Pfeffernuss hin. Wie lachte sie vergnügt, als Hermann sie wirklich nahm und dankend weiterging. Der erste Weihnachtstag ging zu Ende. Hermann saß einsam in seinem Stübchen am Tische. Traulich leuchtete die Lampe und lustig brannte das Feuer im eisernen Ofen. Er hatte einen Bogen weißes Papier vor sich und betrachtete nachdenklich das Schreibzeug. Dasselbe war zierlich aus Metall gearbeitet. Es befand sich ein Sandfass, ein Tintenfass und ein Behälter für Stahlfedern darin. Zierliche, vom durchbrochenem Blätterwerk gebildete Ranken, anmutig durchflochten, bildeten das Gestell. Zwischen den Blättern saßen niedliche Eidechsen, Käfer und Schmetterlinge. Zwergengestalten mit bärtigen Gesichtern lugten hier aus den Ranken und dort aus den Blumen neigten mit halbem Leibe leichte Älfchen sich vor. Ja, zuweilen war es, Hermann, als lebe alles und bewege sich durcheinander. Aber dann war alles wieder starr und steif. In der Mitte aber, wie in einer kleinen Grotte, saß unter den Blättern ein feines, zierliches Mädchen mit einem Krönchen auf dem Haupte und einem Stäbchen in der Hand. Das war so fein und zart gearbeitet, dass Hermann kein Auge davon wenden konnte. Ihm war, als müsse er etwas schreiben. Als er die Feder ins Tintenfass tauchte, fühlte er einen leisen Schlag und ein Zucken in den Fingern und jetzt sah deutlich, der eine der Zwerge nickte ihm zu und jetzt auch die anderen und dann war alles Leben und Bewegung. Die Ranken dehnten sich aus und wuchsen und breiteten sich über dem Tisch aus. Prächtige Blütenbäume schossen in die Höhe und sandten rankende Zweige und blumige Schlingen nach allen Seiten. Die Zwerge kamen hervor und verschwanden wieder zwischen den Ranken. Köstliche Blumen, Rot, Weiß und Blau taten sich auf. Aus jeder schwebte ein Elfchen hervor und flatterte dann in das Blütengewirr hinein. Bis zur Decke hinauf war nun alles voller Blüten und Blätter und zierlicher Ranken. Schmetterlinge gaukelten dazwischen, große, glänzende Käfer krochen an den Stängeln und schillernde Eidechsen schlüpften durch die blumigen Gewinde. Da taten sich die Zwerge voneinander. Liebliche, lustige Musik erklang und hervor aus dem Blumengewirr kam ein wunderlicher Zug. Voran bärtige Zwerglein mit blitzenden, goldenen Trompeten, gebogenen Hörnern, kleinen Pauken und lieblichen Flöten. Dann folgten andere Zwerge in goldblitzenden Harnischen auf gewaltigen Hirschkäfern reitend. Sie trugen kleine Lanzen in den Händen und es war lächerlich anzusehen, wie gravitätisch sie auf ihren braunen Röstlein saßen und wie die dicken Käfer mit ihren sechs Beinen sich bemühten, nach dem Takte zu marschieren. Hinterher kam eine leichte Elfenscharmarschiert mit spitzen Hüten, scharfe Grashalmer als Schwerter in den Händen tragend. Aber die liefen ein wenig durcheinander, denn das Elfenvolk ist viel zu windig, um ordentlich zu marschieren. Jetzt klangen silberne Glöcklein und sierliche, weiße Elfenmädchen tanzten herbei, kleine Glöckchen und schwanken Stielen in der Hand. Und darauf folgte auf einem von Blüten geflochtenen Throne getragen von zwölf Elfen ein wunderschönes Mädchen in weißem, duftigem Kleide, ein goldenes Krönchen auf dem Kopfe und ein weißes Stäbchen in der Hand. Zur Seite gingen graubärtige Zwerge in flimmernden Schuppenpanzern mit blanken Hellebaden bewaffnet. Über dem Thron und hinter demselben ihn von allen Seiten umschwärmend tummelten sich lustige, flinke Elfen auf prächtigen Schmetterling. Sie trugen blitzende Lanzen in der Hand, so fein und glänzend wie ein Sonnenstrahl. Dann folgten wieder Mädchen mit Glöckchen in den Händen, dann eine scharlustige Elfen und zum Schluss kamen auf flinken Eidechsen geritten schwarzbärtige Zwerge mit Turbanen und krummen Säbeln. Der Thron wurde in der Mitte hingesetzt und die bunten Scharen stellten sich zu beiden Seiten desselben auf, bis auf die leichten Schmetterlingsreiter, welche lustig in der Luft auf ihren bunten Pferdchen umherschwärmten. Jetzt bliesen die Musikanten einen dreimaligen Tusch und alle Zwerge und Elfen riefen mit ihren feinen Stimmen dreimal Hurra, so laut sie konnten. Dann erhob sich das Mädchen von seinem Sitze, verneigte sich dreimal vor Hermann und sprach, mein Gebieter und Herr, wirst du mir und meinem Volke erlauben, heute Nacht ein Fest hier zu feiern? Wer bist du? fragte Hermann von all dem Wunderbaren ganz verwirrt. Ich bin das Märchen, sprach sie und deiner Feder unten an gnädiger Gebieter. Und Hermann nickte mit dem Kopf, denn er wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Da bildete die lustige Schar ein Halbkreis, welcher an der Stelle, wo Hermann saß, offen blieb. Die Elfen und Zwerglein saßen auf der Erde, dahinter die Elfenmädchen auf einer Erhöhung und in der Mitte die Königin. Die Hirschkäfer und die Eidechsen wurden in das Moos ausgelassen und die Schmetterlingsreiter banden ihre lustigen Pferdlein mit Spinnfäden an die Blumen, damit sie sich am Blumensaft erquicken möchten. Nun begann die lustigen Spiele. Dort tanzten Elfen auf ausgespannten Spinnfäden, kleine Mädchen liefen auf rollenden Tautropfen. Ein dicker Zwerg balancierte eine Königskerze in seinem Gürtel. Elfen kletterten hinauf und ganz oben stand ein kleiner Knabe auf der Zehenspitze. Das war ein Kraftstück und alle klatschten in die Hände und riefen Bravo, Bravo! Und dann wurden Kampfspiele aufgeführt. Zwölf Mann von der Hirschkäferreiterei kämpften mit zwölf Mann von den Eidechsenreitern. Wie tapfer heben sie aufeinander los. Die kleinen Säbel klirrten und hageldicht fielen die Schläge auf die blinkenden Panzer. Die Hirschkäfer fochten eifrig mit und kniffen die armen Eidechsen ganz jämmerlich mit ihren harten Zangen. Der eine hatte eine Eidechse beim Schwanz gepackt. Diese suchte zu entfliehen trotz allen Sporns. Der Reiter aber hatte sich umgedreht und verteidigte sich gegen den Hirschkäfer. Er bewies, dass er auch im Fliehen zu fechten verstand. Jetzt folgte ein Luftgefecht. Da schwirrten die leichten Reiter auf ihren flinken Schmetterlingen durch die Luft, bald über, bald untereinander. Das war ein buntes Getümmel. Zuweilen stürzte einer nieder zur Erde, aber wie ein Blitz war wieder auf den Beinen, bestieg ein anderes Pferdchen und war wieder mitten dazwischen. Nun wurde getanzt. Das war einmal eine komische Musik. Da kamen die Zwerge angewackelt mit Hacken auf den Schultern und kleine blaue Lichter auf dem Kopf vertragend. Jeder hatte einen blitzenden Edelstein oder ein Stück schimmerndes Erz in der Hand. Sie bildeten einen Kreis, tanzten dann zur Mitte und legten die Steine alle auf einen Haufen. Dann tanzten sie mit wunderlichen Sprüngen umher, während sie mit brummenden Stimmen zu dem Takte der Musik sang und dabei häufig mit dem Fuße stampften. Kleine Zwerge tief im Berge müssen graben müssen hacken und sich placken Tag und Nacht auf und ab Klipp und Klapp Trap Trap Kleine Zwerge tief im Berge Und Und während sie so stampften und sprangen sanken sie allmählich immer tiefer in den Boden Bald sahen nur noch die bärtigen Gesichter hervor Dann versanken sie ganz und nur die blauen Flämmchen flackerten noch an den Stellen wo sie verschwunden waren Man hörte noch ganz dumpf unter der Erde den wunderlichen Gesang Trap Trap Auf und Ab Graben Hacken Und dann war alles still und die Lichtlein verlöschten Jetzt kam wieder eine leichte lustige Musik Da nahmen alle Elfen langstillige Blüten in die Hände und schwebten und tanzten annotig durcheinander In der Mitte die holde Königin Darüber wie eine bunte Wolke flatterten die schimmernden Schmetterlinge Dazu sang die Elfen leise und anmutig Tanzen schweben holdes Leben Elfen reigen in der Nacht Tanzen schweben holdes Leben bis der junge Tag erwacht Und wie Hermann das bunte Gewimmel anschaute war es ihm als würde es immer undeutlicher vor seinen Augen als wäre ein Schleier davor gezogen Wie im Nebel sah er die zierlichen Gestalten durcheinander wogen und wie aus der Ferne hörte er den Gesang Dann war alles still und wie ein dunkler Schleier senkte es sich vor seine Augen Als er seine Augen wieder aufschlug war es Morgen und er lag ganz ordentlich in seinem Bette Vom nächsten Kirchturm schlug die Uhr acht Er rieb sich die Stirn richtete sich im Bette auf und sah nach seinem Tintenfass Das stand auf dem Tische und sah gar nicht anders aus wie sonst Als er aufgestanden war und sich seinem Tische näherte da wunderte er sich denn das ganze Blatt welches er am gestrigen Abend vor sich gelegt hatte war eng beschrieben und zwar von feiner Hand Als er anfing das Geschriebene zu lesen da fand er dass es eine ganz genaue Beschreibung des Elfenfestes war Da erkannte der arme Student welchen Schatz der alte Mann ihm geschenkt hatte Er machte sich sogleich auf ihn zu besuchen und ihm für sein Geschenk zu danken Aber als er in die Straße kam wo er ihn damals gefunden hatte war in der ganzen Straße kein solches Haus zu finden und niemals hat er den alten Trödler wieder gesehen Aber noch an manchem Abend stellte er das Tintenfass auf den Tisch legte ein Blatt Papier vor sich nahm die Feder in die Hand und dann geschahen die wunderlichsten Märchen die Kinder aber welche in dem Hause wohnten hatten es sehr gut denn des abends wenn es dunkel ward kamen sie zu Hermann und setzten sich um ihn herum und dann erzählt er ihnen alle diese schönen Geschichten die möchtet ihr nun auch wohl gerne hören tja wenn ich noch mehr von dem armen Studenten und seinem wunderbaren Tintenfass erfahre dann erzähle ich es euch wieder darauf könnt ihr euch verlassen das wunderbare Schreibzeug es war einmal ein armer Student der lebte in einer großen Stadt einsam und allein und hatte keinen Menschen der sich um ihn gekümmert hätte eines Tages im Sommer als er in der Dämmerung durch die Straßen ging begegnete ihm ein sonderbarer Mann mit einem Hundekarren der Mann war nicht groß und etwas bucklig trug einen langen grauen Rock mit großen Taschen und ein schwarzer Hut mit breiter Krempe verdeckte sein kleines graubärtiges Gesicht so dass er wenn er mit seinen tief liegenden dunklen Augen jemand ansehen wollte den Kopf ganz in den Nacken legen musste in dem zugeknöpften langen Rock und dem breit krempigen Hut sah er beinahe aus wie ein wie ein riesiger Pilz der Mann ließ seinen Wagen auf der Straße stehen und ging in die Häuser denn er kaufte Lumpen Knochen und alle solchen Dinge die kein Mensch mehr gebrauchen konnte Heinrich sah ihn eben in einer Haustür verschwinden als ein Straßenjunge ankam und den armen grauen Hund der sich nicht wehren konnte mit einem Stock neckte als der Hund knurrte und bellte und nach dem Stock geschnappte fing er sogar an ihn zu schlagen indem er sich an dem Gewinsel des armen Tieres ergötzte Heinrich geriet in gewaltigen Zorn darüber riss dem Jungen den Stock aus der Hand und indem er herzhaft ihn damit prügelte sagte er warte nur du sollst auch einmal fühlen wie das Tod der graue Mann war eben wieder aus der Tür getreten und bat Heinrich einzuhalten lassen sie den Jungen nur laufen er wird es gewiss nicht wieder tun meinte er Heinrich ließ den brüllenden und ganz verdutzten Jungen los und streichelte den Hund der ihm dankbar die Hand leckte Der Lumpensammler sah aber den armen Studenten freundlich an drückte ihm die Hand und sagte das will ich Ihnen gedenken komm Bello aber der Sommer verging es ward Herbst bald fielen die ersten Schneeflocken und es kam die schöne Weihnachtszeit ohne dass Heinrich den alten Mann wieder gesehen hätte Am Heiligen Abend als es dunkel wurde wanderte er durch die Straßen der Stadt durch das Treiben und Drängen des Weihnachtsmarktes und war traurig und allein Er bog in eine dunkle Gasse es wurde ihm so wehen dem bunten Gewahr und da hörte er sich plötzlich angerufen und sah den alten grauen Mann in der Tür eines verfallenen Hauses stehen kommen sie herein sagte der Mann heute will ich ihr Weihnachtsmann sein er führte ihn in ein kleines warmes Stübchen eine Lampe stand auf dem Tische davor eine aufgeschlagene Bibel an den Wänden waren auf Borten allerlei Gegenstände aufgestellt brauchbare und nicht brauchbare Dinge Bücher und Gläser Kochgeräte und alte Bilder zerbrochene Töpfe und tausend andere Gegenstände wie sie sich im Laden eines Trödlers finden Heinrich und der alte Mann begaben sich an den Tisch dieser setzte eine große Hornbrille auf und las mit zitternder Stimme das Weihnachtsevangelium andächtig saß der Student und hörte zu und Bello spitzte seine Ohren und sah seinen Herrn so klug an als ob er alles verstünde Die zitternde Stimme des Alten aber hob sich mehr und mehr und klar und deutlich schloss er mit dem Spruche der Engel Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohl gefallen Herz Herz Shire und Hör schlosser Wein und einen großen Kuchen herbei Jetzt wollen wir Weihnacht feiern sagte er und Kuchen essen und Wein trinken Heute isst alle Weltkuchen, und Bello bekommt auch welchen. Das soll uns schmecken, nicht Bello? Er schenkte den Wein in zwei funkelnde, geschliffene Kristallgläser und forderte Heinrich auf, zu trinken. Ach, wie das duftete! Feurig rollte ihm das Blut durch die Adern. Es war ihm, als verdufte ihm der Wein auf der Zunge. Er glaubte, lauter Geist zu trinken. Wie anders erschien ihm jetzt das ärmliche Gemach des Trödlers. Kostbare Vasen und herrliche Glasgefäße, die er zuvor für zerbrochene Töpfe gehalten hatte, schimmerten an den Wänden. In den Ecken und Winkeln raschelte und huschte es geheimnisvoll. Zuweilen schien es ihm, als sehen bärtige Zwergenköpfe hinter den mächtigen, goldverzierten Büchern hervor oder guckten aus den bunten Vasen heraus. Aber wenn er schärfer hinsah, war nichts Ungewöhnliches zu sehen. Der Alte hatte sich einen bunten Schlafrock angezogen und eine hohe spitze Mütze aufgesetzt, so, dass er aussah wie ein Zauberer. »Jetzt besehen wir die Bilder«, sagte er und legte einen großen Folianten auf den Tisch. Dann schlug er das Buch auf und berührte die Bilder mit einem bunten Stäbchen. Da war es, als würde alles lebendig, wie das lebte und wimmelte. Das war ein Weihnachtsmarkt, da waren Läden mit Spielsachen und bunten Pyramiden und wie die Lichter schimmerten und die Menschen gingen und kauften. Dort standen auch Tannenbäume. Eine arme Frau hatte sich einen ganz kleinen Tannenbaum gekauft. Ihre beiden Kinder hatten sie ans Kleid gefasst und waren sehr glücklich. Nun bekamen auch sie einen Tannenbaum. Heinrich glaubte, das Rufen der Verkäufer und die klagenden Töne der Drehorgel zu hören. »Gingen nicht die Leute durcheinander? Das war ja kein Bild. Das lebte alles und war wirklich.« »Umschlagen«, befahl der alte Mann. Und Heinrich glaubte, einen Zwerg unter dem Blatte zu bemerken, der rasch umschlug und dann verschwand, als wäre er in das Bild hineingekrochen. Ein Seesturm! Für die Wellen wogten und schäumten. Ein Schiff tanzte auf den Wellen. Das Wasser spritzte über das Deck hin. Das war ein Weihnachtsabend auf der See. An der Leeseite, geschützt vor Wellen und Wind, saßen Matrosen und rauchten und schwatzten miteinander. Den Arm um den Mast geschlungen, stand aber unbekümmert um Wind und Wetter der braune Schiffsjunge. Was, Salzwasser? Oder waren es Tränen, die sein Gesicht benetzten? Jetzt sprang seine Geschwister um den grünen, strahlenden Tannenbaum, jetzt dachte seine Mutter an ihn und weinte wohl und betete für den Sohn auf der weiten, wilden See. Es war Weihnachtsabend und er noch so jung. Ein anderes Blatt ward aufgeschlagen. Auf dem Tische stand ein Tannenbaum mit vielen Lichtern. Studenten saßen ringsum und tranken Punsch. Die wollten auch Weihnacht feiern auf ihre Weise. An dem Tannenbaum hingen allerlei närrische Sachen, Kinderflöten, Hampelmänner und komische Puppen mit großen Köpfen. Darunter lag Papier und Karbe standen umher. Da hatten sie ausgepackt, was ihnen aus der Heimat geschickt war. Briefe und Geschenke waren dabei gewesen von Eltern und lieben Verwandten und wollende Strümpfe und viele Pfeffernüsse. Der eine hatte eine Mettwurst gefasst und sah sie an, als wollte er sagen, na, du sollst mir schmecken. Es saß auch einer etwas an der Seite. Er hatte eine bunte, gestickte Brieftasche in der Hand und küsste sie heimlich. Und es war Heinrich, als höre er Gläser klingen und fröhliches Gelächter. Nun kam ein trauriges Bild. Der Vater lag auf dem Sterbebette. Die Mutter hatte die Hände unter seinen Kopf gelegt und hielt ihn, dass er seine Kinder noch einmal sehe. Diese standen um das Bett herum und weinten. Es war auch ein kleiner blonder Krauskopf dabei, der weinte recht erbärmlich. Aber er weinte wohl nicht um den Vater, denn sein kleiner Verstand begriff noch nicht, was sterben heißt. Er weinte, weil er nicht lachen und springen durfte und weil er keinen Tannenbaum haben sollte wie die anderen Kinder. Und die Blätter wurden umgeschlagen und Heinrich saß und schaute und vergaß alles um sich her und lachte und weinte vor Freude über alles Herrliche, was sich seinen Blicken zeigte. Immer lebendiger wurden die Bilder. Ihm war, als schaue er in einem Rahmen, die wirkliche Welt. Als nun das Buch zu Ende war, rauschten die Blätter und wuchsen und breiteten sich aus. Grüne Tannenzweige schossen daraus hervor, höher und höher, und lichte Funken sprühten dazwischen. Aus den Wänden sproste grünes, lustiges Gezweig. Die Decke wuchs empor. Es war, als drängten die Tannenzweige sie vor sich her. Lichter flimmerten auf den Zweigen, und aus dem Fußboden wuchsen mächtige Blumen mit geschlossenen Knospen. Sie taten sich auf mit süßem Duft, und luftige Gestalten schwebten hervor mit zarten Flügelchen. Sie wiegten sich anmutig durch die Luft, und als der arme Student aufsah, war aus den Blättern des Buches ein mächtiger Tannenbaum hervorgewachsen mit tausend strahlenden Lichtern. Heinrich bemerkte erst jetzt, dass er ganz allein sei. Plötzlich aber taten sich die Tannenzweige voneinander, und ein schönes Mädchen trat hervor in einem weißen Kleide mit einem Fichtenkranz im Haar. Sie nahmen Heinrich bei der Hand, und sie stiegen auf den Zweigen, wie auf einer Wendeltreppe, empor in den mächtigen Tannenbaum. Heinrich wagte nicht zu sprechen, ihm war so feierlich zumute, und das Mädchen war so schön. Es war ihm immer, als höre er in der Ferne die mächtigen Töne einer Orgel und den Gesang andächtiger Menschen. Sie stiegen immer höher. Zuweilen sah er durch die Zweige den dunklen Nachthimmel mit seinen blitzenden Sternen. Oben aber blickte er plötzlich hinaus über die ganze Stadt. Die Häuser strahlten und leuchteten im Weihnachtsglanze, und fröhliche Stimmen drangen zu ihm herauf. Sieh empor, sagte das Mädchen. Und er bemerkte einen weißen Nebel am Himmel, der zerriss plötzlich. Und es war, als sähe er mitten in den Himmel hinein. Da schwebten in strahlenden Wolken Engel in weißen Gewändern auf und nieder und trugen Palmenzweige in den Händen und sangen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, und den Menschen ein Wohlgefallen. Aber es ist nun hohe Zeit, um dass sie nach Hause gehen, schnarrte ihm plötzlich die Stimme des alten Trödlers ins Ohr. Es ist bald Mitternacht. Und da saß er wieder am Tische, und alles sah ganz gewöhnlich aus. Das Buch war fort, und der Alte kramte in einer Schieblade. Sie schliefen wohl recht schön, meinte er jetzt. Hab ich denn geträumt? sagte Heinrich ganz verwirrt. Ne, gehen Sie zu Bette. Sie sind müde, sagte der Alte. Und hier will ich Ihnen auch etwas schenken. Das kann ein fleißiger Student wohl gebrauchen. Und damit drückte er ihm ein altes, wunderlich geformtes Schreibzeug in die Hand und schob ihn zur Tür hinaus. Und als Heinrich durch die gasbeleuchteten Straßen nach Hause wankte, da war es ihm wie ein Traum. Als Heinrich am anderen Morgen später wachte, glaubte er, er hätte alles geträumt. Aber da sah das Schreibzeug auf dem Tische stehen, das ihm der alte Mann geschenkt hatte. Alle die bunten Bilder zogen an seinem Geiste vorüber, die er am vergangenen Abend geschaut hatte. Er stand auf und sah aus dem Fenster. In der Nacht war Schnee gefallen. Die weißen Dächer lagen im Sonnenschein, der Himmel war klar. Die Sperlinge zwitscherten und die Luft war voller Glockenklang. Am Abend saß Heinrich einsam in seinem Stübchen am Tische. Er hatte ein bogenweißes Papier vor sich und betrachtete nachdenklich das Schreibzeug. Dieses war zierlich aus Metall gearbeitet. Es befand sich ein Sandfass, ein Tintenfass und ein Behälter für Stahlfedern darin. Zierliche, von durchbrochenem Blätterwerk gebildete Ranken, anmutig ineinander geflochten, bildeten das Gestell. Zwischen den Blättern saßen niedliche Eidechsen, Käfer und Schmetterlinge. Zwergengestalten mit bärtigen Gesichtern lukten hier aus den Ranken und dort aus den Blumen neigten sich mit halbem Leibe leichte Älfchen vor. Ja, zuweilen war es Heinrich, als lebe alles und bewege sich durcheinander, aber dann war alles wieder starr und steif. In der Mitte aber, wie in einer kleinen Grotte, saß unter den Blättern ein feines, zierliches Mädchen mit einem Krönchen auf dem Haupte und einem Stäbchen in der Hand. Das war so fein und zart gearbeitet, dass Heinrich kein Auge davon verwenden konnte. Ihm war, als müsse er etwas schreiben. Als er die Feder ins Tintenfass tauchte, fühlte er einen leisen Schlag und ein Zucken in den Fingern, und jetzt sah er deutlich, der eine Zwerg nickte ihm zu, und jetzt auch die anderen, und dann war alles Leben und Bewegung. Die Ranken dehnten sich aus und wuchsen und breiteten sich über den Tisch. Prächtige Blütenbäume schossen in die Höhe und sandten rankende Zweige und blumige Schlingen nach allen Seiten. Die Zwerge kamen hervor und verschwanden wieder zwischen den Ranken. Köstliche Blumen, Rot, Weiß und Blau, taten sich auf, aus jeder schwelbte ein Älfchen hervor und flatterte dann in das Blumengewirr hinein. Bis zur Decke hinauf war nun alles voller Blüten und Blätter und zierlicher Ranken. Schmetterlinge gaukelten dazwischen, große glänzende Käfer krochen an den Stängeln und schillernde Eidechsen schlüpften durch die blumigen Gewinde. Da taten sich die Zweige voneinander. Liebliche, lustige Musik erklang, und hervor aus dem Blumengewirr kam ein wunderlicher Zug. Voran bärtige Zwerglein mit blitzenden, goldenen Trompeten, gewogenen Hörnern, kleinen Pauken und lieblichen Flöten. Dann folgten andere Zwerge in goldblitzenden Harnischen auf gewaltigen Hirschkäfern schreitend. Sie trugen kleine Lanzen in den Händen, und es war lächerlich anzusehen, wie gravitätisch sie auf ihren braunen Rösslein saßen und wie sich die dicken Käfer mit ihren sechs Beinen bemühten, nach dem Takte zu marschieren. Hinterher kam eine leichte Elfen, schamarschiert, mit spitzen Hüten, scharfe Grashalme als Schwerter in den Händen tragend. Aber die liefen ein wenig durcheinander, denn das Elfenvolk ist viel zu windig, um ordentlich zu marschieren. Jetzt klang silberne Glöcklein, und zierliche weiße Elfenmädchen tanzten herbei, kleine Glöckchen an schwanken Stielen in der Hand, und darauf folgte auf einem von Blüten geflochtenen Throne, getragen von zwölf Elfen, ein wunderschönes Mädchen, ein goldenes Krönchen auf dem Kopfe und ein weißes Stäbchen in der Hand. Zur Seite gingen graubärtige Zwerge in flimmernden Schuppenpanzern, mit blanken Hellebaden bewaffnet. Über dem Thron und hinter ihm, ihn von allen Seiten umschwärmend, tummelten sich lustige, flinke Elfen auf prächtigen Schmetterlingen. Sie trugen blitzende Lanzen in den Händen, so fein und glänzend wie Sonnenstrahlen. Dann folgten wieder Mädchen mit Glöckchen in den Händen, dann eine scharlustige Elfen, und zum Schluss kamen auf flinken Eidechsen geritten schwarzbärtige Zwerge mit Turban und krummen Säbeln. Der Thron wurde in die Mitte hineingesetzt, und die bunten Scharen stellten sich zu beiden Seiten auf, bis auf die leichten Schmetterlingsreiter, die lustig in der Luft auf ihren bunten Pferdchen umherschwärmten. Jetzt bliesen die Musikanten einen dreimaligen Tusch, und alle Zwerge und Elfe riefen mit ihren feinen Stimmen dreimal Hurra, so laut sie nur konnten. Dann erhob sich das Mädchen von seinem Sitze, verneigte sich dreimal vor Heinrich und sprach, »Mein Gebieter und Herr, wirst du mir und meinem Volke erlauben, hier heute Nacht ein Fest zu feiern?« »Wer bist du?«, fragte Heinrich, von all dem Wunderbaren ganz verwirrt. »Ich bin das Märchen«, sprach sie, »und deiner Feder untertan gnädiger Gebieter.« Und Heinrich nickte mit dem Kopf, denn er wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Da bildete die lustige Schar einen Halbkreis, der an der Seite, wo Heinrich saß, offen blieb. Die Elfen und Zwerge hockten auf dem Boden, dahinter die Elfenmädchen auf einer Erhöhung und in der Mitte die Königin. Die Hirschkäfer und die Eidechsen wurden in das Moos gelassen und die Elfen banden ihre lustigen Schmetterlingspferdlein mit Spinnenfäden an die Blumen, damit sie sich am Blumensaft erquicken möchten. Nun begannen die lustigsten Spiele. Da tanzten Elfen auf ausgespannten Spinnenfäden, kleine Mädchen liefen auf trollenden Tautropfen, ein dicker Zwerg balancierte eine Königskerze in seinem Gürtel und Elfen kletterten hinauf und ganz oben stand ein kleiner Knabe auf der Zehenspitze. Das war ein Kraftstück und alle klatschten in die Hände und riefen »Bravo! Bravo!« Dann wurden die Kampfspiele aufgeführt. Zwölf Mann von der Hirschkäferreiterei kämpften mit zwölf Mann von den Eidechsenreitern. Wie tapfer heben sie aufeinander los, die kleinen Säbel klirrten und hageldicht fielen die Schläge auf die blinkenden Panzer. Die Hirschkäfer fuchten eifrig mit und kniffen die armen Eidechsen ganz jämmerlich mit ihren harten Zangen. Der eine hatte eine Eidechse beim Schwanz gepackt. Diese suchte zu entfliehen, trotz allen Sporns. Der Reiter aber hatte sich umgedreht und verteidigte sich gegen die Hirschkäferreiter, und er bewies, dass er auch im Fliegen zu fechten verstand. Jetzt folgte ein Luftgefecht. Da schwirrten die leichten Reiter auf ihren flinken Schmetterlingen durch die Luft, bald über, bald untereinander, und das war ein buntes Getümmel. Zuweilen stürzte einer nieder zur Erde, aber wie ein Blitz war er wieder auf den Beinen, bestieg ein anderes Pferdchen und war wieder mitten dazwischen. Nun wurde getanzt. Das war einmal eine komische Musik. Da kamen die Zwerge angewackelt mit Hacken auf den Schultern und kleine blaue Lichter auf dem Kopf vertragend. Jeder hatte einen blitzenden Edelstein oder ein Stück schimmerndes Erz in der Hand. Sie bildeten einen Kreis, hüpften dann zur Mitte und legten die Steine alle auf einen Haufen. Dann tanzten sie mit wunderlichen Sprüngen umher, während sie mit brummenden Stimmen zu dem Takte der Musik sangen und dabei häufig mit dem Fuß stampften. Kleine Zwerge, tief im Berge, müssen graben, müssen hacken und sich placken Tag und Nacht, auf und ab, klipp und klapp, trapp, trapp, kleine Zwerge, tief im Berge. Und während sie so stampften und sprangen, sankten sie allmählich immer tiefer in den Boden. Bald sahen nur noch die bärtigen Gesichter hervor und dann versanken sie ganz und nur die blauen Flämmchen flackerten noch an den Stellen, wo sie verschwunden waren. Man hörte noch ganz dumpf unter der Erde den wunderlichen Gesang, trapp, trapp, auf und ab, graben, hocken. Und dann war alles still und die Lichtlein verlöschten. Jetzt kam wieder eine leichte, lustige Musik. Da nahmen alle Elfen Blütenzweige in die Hände und schwebten und tanzten anmutig durcheinander in der Mitte die holde Königin. Darüber, wie eine bunte Wolke, flatterten die schimmernden Schmetterlinge. Dazu sangen die Elfen leise und anmutig. Tanzen, schweben, holdes Leben, Elfen reigen in der Nacht. Tanzen, schweben, holdes Leben, bis der junge Tag erwacht. Und wie Heinrich das bunte Gewimmel anschaute, war es ihm, als würde es immer undeutlicher vor seinen Augen, als wäre ein Schleier davor gezogen. Wie im Nebel sah er die zierlichen Gestalten durcheinander wogen, und wie aus der Ferne hörte er den Gesang. Tanzen, schweben, holdes Leben, Elfen reigen in der Nacht. Tanzen, schweben. Dann war alles still, und wie ein dunkler Schleier senkte es sich vor seinen Augen. Als er seine Augen wieder aufschlug, war es morgen, und er lag ganz ordentlich in seinem Bett. Vom nächsten Kirchtum schlug die Uhr acht, und er rieb sich die Stirn, richtete sich im Bette auf und sah nach seinem Tintenfass. Das stand auf dem Tische und sah gar nicht anders aus als sonst. Als er aufgestanden war und sich seinem Tische näherte, da wunderte er sich, denn das ganze Blatt, das er am gestrigen Abend vor sich gelegt hatte, war eng beschrieben, und zwar von seiner eigenen Hand. Als er anfing, das Geschriebene zu lesen, da fand er, dass es eine ganz genaue Beschreibung des Elfenfestes war. Nun erkannte der arme Student, welchen Schatz der alte Mann ihm geschenkt hatte. Er machte sich sogleich auf, ihn zu besuchen und ihm für sein Geschenk zu danken. Als er aber in die Straße kam, wo er ihn damals gefunden hatte, war nirgends ein solches Haus zu entdecken, und niemals hat er den alten Trödler wiedergesehen. Aber noch an manchem Abend stellte er das Tintenfass auf den Tisch, legte ein Blatt Papier vor sich hin, nahm die Feder in die Hand, und dann geschahen die wunderbarsten Märchen. Die Kinder aber, die in dem Hause wohnten, hatten es sehr gut, denn des Abends, wenn es dunkel war, kamen sie zu Heinrich und setzten sich um ihn herum, und dann erzählte er ihnen all diese schönen Geschichten. Die möchtet ihr nun wohl auch gerne hören. Ja, wisset ihr denn nicht, dass er sie alle kennt, vorausgesetzt, dass ihr diesem Kanal recht aufmerksam gefolgt seid? Denn diese bunten Märchen stammen alle aus dem wunderbaren Schreibzeug von Heinrich Seidl. Am See und im Schnee Teil 1 Brandsberg und Wildingshagen sind zwei Rittergüter, die in einer der fruchtbarsten Gegenden von Norddeutschland nicht weit voneinander entfernt liegen. Vor Jahren lebten da selbst zwei Gutsbesitzer von einerlei Gesinnung und Neigung. Sie hielten gute Freundschaft miteinander, unterstützten sich gegenseitig mit Rat und Tat und waren eifrig bemüht, einer dem anderen den guten Rotwein auszutrinken, der reichlich in ihren Kellern lagerte. Dies freundschaftliche Verhältnis schien sich bei den ältesten Söhnen, die zur Übernahme der Güter bestimmt waren, fortsetzen zu wollen. Sie besuchten in einer benachbarten Stadt das Gymnasium, durchsaßen fast nebeneinander, in langsamem Tempo die Klassen und kamen beide glücklich genau an derselben Stelle durch das Abiturientenexamen, nämlich an jener, wo obendurch und untendurch hart aneinander grenzen. Während dieser ganzen Zeit waren sie unzertrennlich gewesen, hatten bei einer kleinen, ausgebleichten Kanzlei Sekretärswitwer zwei Zimmerchen bewohnt, hatten alle Vorräte, mit denen ihre vorsorglichen Mütter das städtische Hungerleben zum Mildern trachten, redlich miteinander geteilt und alle ihre dummen Streiche gemeinsam ausgeführt. Sie bezogen demnächst auch dieselbe Universität, um sich unter dem Vorwande des Studiums der Rechtswissenschaft einige Jahre lang von den schrecklichen Strapazen der Abgangsprüfung zu erholen. Und hier erlitt der scheinbar so dauerhafte Freundschaftsbund den ersten Riss, in dem Peter Mayfeld, der einzige Besitzer von Braunsberg, eines guten Abends in die Netze einiger Korbstudenten ging und am anderen Morgen mit schwerem Haupte, als sein Fuchs der Borussia erwachte. Während Fritz Dieterling, der zukünftige Herr auf Wildingshagen, fast gleichzeitig in die Burschenschaft Germania eintrat. Da sie nun auf diese Art plötzlich gewissermaßen zwei verschiedenen Nationen angehörten, deren unabänderliche Stammesgesetze vorschreiben, sich gegenseitig mit gebührender Nichtachtung zu betrachten, so blieb ihnen nichts übrig, als sich zu trennen und sich fortan mit kühler Höflichkeit aus der Ferne zu besehen. Dies hinderte jedoch nicht, dass sie bei Ferienbesuchen in der Heimat, wo sie sich auf neutralem Boden und sozusagen in Zivil fühlten, den alten freundschaftlichen Umgang fortsetzten, bei welchen Gelegenheiten sie allerdings häufig über die erhabenen Grundsätze ihrer beiden Völkerschaften in großen Streit gerieten, ohne dass es einem von ihnen gelingen wollte, den anderen von der Haltlosigkeit und Verwerflichkeit seine Anschauungen zu überzeugen. Beide verließen nach drei Jahren die Universität. Peter May fällt, um bei einem Freunde seines Vaters die Landwirtschaft praktisch zu erlernen, während Fritz Dieterling noch eine Zeit lang auf Reisen ging. Jedoch nach einem halben Jahre schon rief ihn die Nachricht von dem plötzlichen Tode seines Vaters nach Hause und er war gezwungen, augenblicklich das Gut zu übernehmen und sich mit Beihilfe eines alten, tüchtigen Inspektors in die neue Tätigkeit einzuarbeiten. Nach einem Jahre verheiratete er sich mit einer benachbarten Gutsbesitzertochter von blühender Gesundheit und achtbarem Vermögen. Und nicht ganz ein weiteres Jahr später war auch schon ein neuer, ganz kleiner und sehr anspruchsvoller Fritz Dieterling da, sodass der, der noch vor dreißig Monaten im Kreise fröhlicher Genossen gesungen hatte »Es gibt kein schöneres Leben als Studentenleben«, er nun bereits die Würde eines Familienvaters bekleidete und mit vollem Rechte nun das Lied anstimmen konnte »O alte Burschenherrlichkeit, wohin bist du verschwunden?« Dies fiel ihm aber gar nicht ein, sondern sich mit Feuereifer seiner neuen, reichen und vielseitigen Tätigkeit widmend lag ihm nichts ferner als jene sentimentale Erinnerung an die sogenannte frische und fröhliche Studentenzeit, die man vorzugsweise bei jenen findet, die sich nicht weiterentwickeln, sondern, nachdem sie eine tolle Zeit studentischen Übermutes wie eine Krankheit gleich den Masern überstanden haben, auf alle Fähre in das Philistertum zurücksinken, wovon jeher ihre wirkliche Heimat war. Einige Jahre später starb auch der alte Maifeld und der Sohn trat an seine Stelle. Auch dieser sah sich alsbald unter den Töchtern des Landes um und dem Bunde, den er einging, entsproste ein Mädchen, das auf den Namen Helene getauft, aber Heller genannt wurde. Anfangs herrschte unter den beiden Nachbarfamilien ein so fröhlicher Verkehr wie in den Zeiten der Väter. Und die Braunsberger Halbschäse mit den zwei prächtigen Apfelschimmeln hielt ebenso oft mit scharfem Ruck vor dem Wildingshergeherrenhause an, als die mit zwei schönen Füchsen bespannte Kutsche Fritz Dieterlings vor dem Hause des benachbarten Freundes. Die beiden jungen Landleute tauschten Erfahrungen miteinander aus. Die Frauen Sämereien, Bruteier oder Kochrezepte und wenn in dem Braunsberger Obstgarten die Grafensteine Äpfel gediehen oder im Wildingshäger die Grand Richards, so hatte man auf beiden Gütern von diesen köstlichen Früchten. Jedoch im Laufe der Zeit stellten sich allerlei Zerwürfnisse heraus, denn es zeigte sich, dass die politischen Ansichten beider Männer vollständig verschieden waren. Während Mayfeld einer äußerst konservativen Richtung angehörte, waren Dieterlings Anschauungen von durchaus liberaler Färbung. Und da sich durch das eben vorübergegangene Jahr 1848 dergleiche Spannungen sehr verschärft hatten, so konnte es nicht ausbleiben, dass sich die Gemüter der beiden Freunde, wenn sie bei dem guten Rotwein aus den Kellern ihrer Väter saßen, oft bedeutend erhitzten, indem der eine für das Wohl des Vaterlandes gerade das für ersprießlich hielt, was der andere für dessen Ruin und gänzliches Verderben erachtete. Dazu kam noch, dass sich Dieterling auch in seinem landwirtschaftlichen Beruf als sein Freund des Neuen und des Fortschrittes erwies, während Mayfeld auch hier dem Alten und von den Vätern Erprobten anhing und nicht verfehlte, jeden missglückten Versuch einer Neuerung mit lustigen Spöttereien und kleinhöhnischen Bemerkungen zu begleiten. So geschah es denn, dass sich die Kluft zwischen den beiden Freunden immer mehr erweiterte, dass sie immer seltener miteinander zusammenkamen und schließlich eines Tages an einem dritten Orte so heftig aneinandergerieten, dass Dieterling seinen Nachbar für einen bejammernswerten Idioten erklärte, während diese ihm einen aufgeblasenen Schwätzer gegenleistete. Das nach diesem Auftritt unvermeidlich scheinende Duell wurde durch die Vermittlung wohlmeinender Freunde glücklich verhindert. Allein von dieser Zeit ab war der Bruch entschieden und die Beziehungen zwischen beiden Gütern gänzlich zu Ende. Da nun auf dem Schutthaufen einer gewesenen Freundschaft die Giftpflanzen der Verleumdung und des Hasses bekanntlich am üppigsten gedeihen, so standen diese Gewächse bald in kräftiger Blüte und sogen aus jedem kleinen Anlass neue Nahrung und herrliches Wachstum. Alles Nachteilige und Dumme, was gute Freunde und getreue Nachbarn über die andere Familie bereitwilligst verbreiteten und herumtrugen, war mit verächtlichem Achselzucken und einer Miene hingenommen, die ausdrücken sollte, dass lächerliche Abgeschmacktheit eben das sei, was man von der gegnerischen Seite als natürliche Lebensäußerung erwarte und voraussetze. Da nun zufällig beide Güter den natürlichen Abfluss ihrer Produkte nach zwei verschiedenen Städten hatten, so geschah es auch, dass die feindlichen Familien sich nicht mehr suchten und es unmöglich war, sie in der Gegend zusammen einzuladen, dass beide niemals miteinander zusammentrafen und sogar die Männer jahrelang einander nicht ansichtig wurden. Die ältesten Kinder, Fritz und Hella, in so jugendlichem Alter voneinander getrennt, hatten sich ebenfalls niemals wieder erblickt, sondern nur voneinander gehört, wodurch sie unter den vielen vorhin erwähnten Umständen zu keinen sehr anmutigen Begriffen gelangen konnten. Als beide fast erwachsen waren, stellte sich das junge Mädchen unter dem Nachbarssohn ein Geschöpf vor, das man vielleicht zart mit wüsterunwissender Tagedieb bezeichnen konnte, während dieser von seiner jungen Nachbarin eine Vorstellung hatte, die durch den Ausdruck alberne Zierpuppe nur schüchtern und mit aller Rücksicht, die man dem weiblichen Geschlechte schuldig ist, wiedergegeben werden kann. Fast zehn Jahre hatte der Zwist der beiden Familien gedauert. Die alberne Zierpuppe war blühend und frisch und ziemlich unangekränkelt von der sogenannten modernen Bildung aus der städtischen Pension zurückgekehrt, wo es ihr als einem Mädchen von gesundem Geist und Körper niemals besonders behagt hatte. Und der wüste, unwissende Tagedieb war mit seinem Militärdienst ja schon seit einiger Zeit zu Ende. Da brach der deutsch-französische Krieg aus. Der junge Fritz Dieterling war natürlich eingezogen und ging als Reserveoffizier mit gegen Frankreich. Er war an der Schlacht bei Wörth und an dem gewaltigen Marsche auf Sedan und dessen Einschließung beteiligt, wobei ihn das Glück so begünstigte, dass er sowohl von Verwundung als Krankheit verschont blieb, sich das eiserne Kreuz erwarb und trotz aller Strapazen des Kriegslebens blühend und kräftig vor Paris anlangte. Gegen Ende der langwierigen Einschließung und Belagerung dieser ungeheuren Festung erhielt er jedoch bei einem der vielen Ausfälle der französischen Besatzung einen Schuss in den linken Arm. Zeichnete sich aber bei dieser Gelegenheit durch Mut und Umsicht so ungemein aus, dass ihm das eiserne Kreuz erster Klasse zugesprochen wurde. Seine Verwundung war jedoch so komplizierter Natur, dass die Heilung einen sehr langwierigen Verlauf vernahm und er allmählich von Lazarett zu Lazarett zurückbefördert ward, bis man ihm zum Zwecke seiner gänzlichen Genesung in die Heimat entließ. Herrn Peter Mayfeld passte die kriegerische Auszeichnung des jungen Dieterling sehr wenig in sein System. In Sonderheit verdross es ihn, dass sich der Sohn seines Feindes also hervorgetan hatte, dass man ihn des höchsten Ehrenzeichens, das seinem Stande zugänglich war, für würdig hielt. Zu Anfang murmelte er etwas von unverdientem Glück oder, wie er sich auszudrücken liebte, unverschämten Torkel. Aber damit half er sich nicht über die Sache hinweg, denn im Grunde tat dieser Vorfall seinem braven Patriotenherzen doch zu wohl. Durch diese verhältnismäßig so seltene Auszeichnung fühlte sich die ganze Gegend geehrt. Und überall hörte man mit Behagen und Anerkennung von dem jungen Mann ersprechen. Das war nun einmal nicht zu ändern. Mut und soldatische Tüchtigkeit musste der vermeintliche Tagelieb doch besitzen, und das sind immerhin Eigenschaften von allerhöchstem Wert, zumal im Kriege. Überhaupt fühlte er zu seiner Verwunderung und fast mit Beschämung, dass er über seine politischen Gegner lange nicht mehr so schroffe Ansichten hegte als früher. Und dies war ihm fatal, denn er glaubte darin, bei sich einen Mangel an Konsequenz zu erkennen. Ach, er wusste nicht, dass die sogenannte Konsequenz in politischen Dingen oftmals nur auf dem Mangel an Fähigkeit oder Neigung beruht, seine Irrtümer einzusehen und nur von Philistern und Toren für eine Tugend gehalten wird. Die kleinen inneren Reibungen, die in unruhigeren Zeiten die Gemüter bewegen und zum Kampfe reizen, hatten an Wichtigkeit verloren, da sich in gewaltigem, blutigem Ring Völkerschicksale entschieden. Gleich viel welcher politischen Richtung die Männer angehörten, ihre Söhne oder Verwandten standen gemeinsam auf dem Schlachtfelde für dieselbe große Sache. Und wenn sie fielen, mischte sich das Blute des einen mit dem des anderen. Um diese Zeit geschah es, dass an einem wunderschönen Tage des beginnenden Herbstes Päler ihr Pony satteln ließ, um ein Spazierritt zu unternehmen. Eine klare, sonnige Luft war ringsverbreitet, stärkend wie Wein und aus dem dampfenden Morgennebel war ein goldener Tag emporgestiegen. Es war, als hätte sich die blaue, wolkenlose Glocke des Himmels unendlich erweitert und die Welt sich vergrößert, denn vieles an den dämmernden Höhenzügen des Horizontes, das sonst im blauen Dunst oder mattem Schein verhüllt lag, tat sich in bestimmten Linien und zarten Umrissen hervor. Und an dem Wahrzeichen der Gegend, der Kirche von Borna, die viele Meilen weit sichtbar auf dem langgestreckten Höhenzugesicht zeigte, der den Lauf der Elbe begleitet, konnte man heute alle Fenster zählen. Der Trieb in die Ferne, der solchen Tagen eigen ist, die erfüllt sind von den Lockrufen wandernder Vögel und den silbernen Fäden des fliegenden Sommers, hatte auch Heller ergriffen. Und am liebsten wäre sie hinausgeritten in die weite Welt, die heute so sauber und glänzend erschien, so recht wie ein Schauplatz für lauter zierliche und anmutige Abenteuer. Sie dehnte deshalb ihren Ritt heute weiter aus als gewöhnlich, bis sie an die Grenze gelangte, wo an dem Walde des feindlichen Nachbargutes entlang ein wenig befahrener Feldweg lief. Dort ließ sie ihr Pferdchen im Schritt gehen und als sie den Blick auf den herbstlich gefärbten Wald gerichtet dort entlang zog, wurden allerlei Erinnerungen an längst entschwundene Zeiten in ihr wach. In früheren Tagen, als die Familien noch viel miteinander verkehrten, war man öfters auf halben Wege in diesem Walde zusammengekommen. Das Gehölz umschloss seinen kleinen See, an dessen Ufern sich unter dem Schutz einer alten, mächtigen Eiche einige Rasenbänke befanden und eine regendichte Mooshütte errichtet war, die bei ungünstiger Witterung einen Unterschlupf bot. Dort hatten die beiden Familien mit anderen Freunden aus der Umgegend so manches kleines Sommerfest miteinander gefeiert. Und oftmals hatte von dort aus das Kling der Gläser, fröhliches Gelächter und lustiger Gesang durch den Wald geschallt. Aus ihrer frühen Kindheit erinnerte sich Heller so mancher dieser Zusammenkünfte. Und besonders die letzte dieser Art, die überhaupt stattfand, war ihr treu im Gedächtnis geblieben. Man hatte an einem wunderschönen Herbsttage dort am See den Geburtstag der Frau Dieterling gefeiert. Und Heller erinnerte sich noch sehr wohl ihrer Verwunderung, als sie alle jungen Fichten der Umgegend mit leuchtenden Georginen und Sonnenblumen geschmückt fand, denn im ersten Augenblick hatte sie gedacht, diese Nadelhölzer hätten solchen farbigen Zierat aus eigenem Vermögen hervorgebracht. Fürchterlich war es gewesen und sie hatte sich sehr die Ohren zugehalten, als Fritz Dieterling zu Ehren des Tages aus seiner großen Messingkanone das Echo anböllerte. Aber nachher hatte sie selbst über den See hinweggerufen, Heller! Da hatten ihr zarte Stimmen geantwortet, schnell hintereinander weg und immer ferner, wohl viermal und sie hatte fest geglaubt, dort in dem grünen Dämmer des Seeufers müssten noch andere kleine Mädchen sein und sie wollte sie holen, um mit ihnen zu spielen. Fritz Dieterling aber hatte überlegen gelächelt und gesagt, das ist ja bloß das Echo und wenn du spielen willst, dann musst du mit mir spielen. Komm, ich weiß was, was Schönes. Dann waren sie zusammen in den Wald gegangen, so weit fort, bis sie nichts mehr von der Gesellschaft hören konnten und es ganz einsam und still war, so, dass sie nur das Rascheln der Füße im Laube hörten und den seltsamen Schrei eines Vogels über den Wipfeln. Sie hatte gefragt, was schreit da so? Und da hatte Fritz geantwortet, das ist der Kückeweh. Als sie nun bange wurde in der Einsamkeit und weil ihr der Name des Vogels, der so seltsam schrie, graulich vorkam, da hatte Fritz gesagt, der Kückeweh tut dir nichts, der frisst bloß Kücken und Gössel und nun kommt's auch gleich, das Schöne. Dann hatte sie alle Angst verloren, denn sie waren an einem Orte angelangt, wo eine Menge von mächtig großen Nussbüschen ihre Zweige ausbreiteten und teilweise ihren Reichtum an brauen Früchten schon auf das Laub des Bodens gestreut hatten. Nur zuerst hatte sie sich wieder ein wenig erschrocken über den hässlichen, schnarrenden Ruf eines anderen Vogels, der mit lautem Schelten und hörbarem Flügelschlag durch die Zweige entfloh. Aber Fritz hatte wieder sehr beruhigend gesagt, das ist bloß der Holzschrag, der mag auch gern Nüsse und sieh mal, da läuft auch ein Katzeicher den Baum in die Höhe, der ist auch hierbei gewesen. Dem braven Fritz waren meistens nur die plattdeutschen Namen der Tiere bekannt, doch zuweilen, wo es sich seiner Ansicht nach gut machen ließ, wie hier, beim Katzeicher versuchte er eine Übersetzung ins Hochdeutsche. Nun hatten sie Nüsse gesammelt, ganze Taschen voll, bis sie dessen müde waren. Wenn unten nicht mehr genug lagen, war Fritz wie ein Katzeicher hineingeklettert in die stattlichen Büsche und hatte geschüttelt und sie hatte gejauchzt, wenn die glatten braunen Früchte, die schon lose in ihren Hülsen saßen, auf das welke Laub hinniederprasselten. Zum Schluss hatte er dann zwei stattliche schlanke Ruten geschnitten. An der ihren war ein grüner Busch als Zierde geblieben, an der seinen, die ein Wurfspieß darstellen sollte, war dieser beseitigt. Und so zogen sie weiter, indes Fritz mit seiner neuen Waffe unterwegs, allerlei ungewöhnlich bösartige wilde Tiere seiner Einbildung erlegte und sofort während den Weg von schrecklichen Gefahren reinigte. In diesem Gehälze, das nicht gerade nach strengen Gesetzen der Forstwirtschaft behandelt wurde, darum aber desto lieblicher und voller Abwechslung war, befand sich auch eine Anzahl von stattlichen wilden Obstbäumen. Und als sie nun an einen solchen gelangten, der eine Fülle gelblicher Holzbirnen in das Gras zu seinen Füßen gestreut hatte, da erschien heller dieser Ort mit seinen mannigfachen Gaben fast wie ein Märchenwald. Und obwohl diese Früchte herbe waren, dass sie den Mund zusammenzogen, so verlieh ihn doch ein seltsamer Reiz der Neuheit, etwas ganz Besonderes. Danach gelangten sie in eine kleine Lichtung, wo auf einem durch Holzhauer von Graswuchs befreiten Flecke eine Anzahl von über mannshohen Königskerzen aufgeschossen war. Aus den Gebüschen am Waldesrande leuchteten die Hage und die Hagebutten. Einige Herbstschmetterlinge gaukelten lautlos umher und überall hatten die Kreuzspinnen mächtige Netze gewebt, in deren Mitte sie auf die glänzenden Fliegen lauerten, die die Luft durchsummten. Hier war es so einsam und weltverloren, dass Heller wieder die Bangigkeit überkam. Nun haben wir uns gewiss verirrt, sagte sie. Verirrt, sagte Fritz sehr wegwerfend, in dies Holz kann ich mich gar nicht verirren, das weiß ich auswendig. Das ist doch bloß der Seebosch, denk mal, wenn's der Urwald wäre, mit allerhand Tigern und Riesenschlangen drin. Na, die sind hier ja nicht, aber Adern gibt's hier und beim Serum auch einige Snaken. Snaken, die tun nichts, aber die Adern stechen, die sind giftig. Vor Jahr hat der Jäger eine totgeschlagen, ich hab sie gesehen, sie haben so'n Zickzack auf'm Rücken. Ui, wie gruselig war das wieder. Heller drängte sich dichter an Fritz und bat ihn umzukehren. Ach, meins wegen, sagte dieser, aber vor den Adern brauchst du keine Bange zu haben. Unser Rademacher sagt, eine frisch geschnittene Haselrute ist das beste Mittel gegen die Addern, na, und die haben wir ja. Damit fasste er seinen Wurfspieß am dicken Ende und ließ ihn wie eine Reitpeitsche durch die Luft pfeifen. Sie wendeten sich um und gingen in der Lichtung zurück. Auf den dichten Gebüschen des Waldrandes von wilden Rosen, Schleedorn und jungen Buchen gestrüpp lag der Sonnenbrand und brütete würzigen Duft aus. Und als sie dort entlang streiften, ward in dem halbtrockenen Grase zu ihren Füßen ein leichtes Rascheln bemerklich, das sich träge auf das Gebüsch zu entfernte. Fritz hatte schnell seine Rute erfasst und indem er heller mit der anderen Hand zurückschob, sprang er schnell zu und schlug plötzlich auf einen Ort im Grase los. Der türkische Kopf einer Kreuzotter schoss an jener Stelle zitternd empor und wütend schnappte das giftige Gewürm in die Luft, bis ihm ein zweiter besser gezielter Schlag den Garaus machte. Fritz sah ganz blass aus vor Aufregung, obwohl er sich nichts merken lassen wollte. Das war eine Adder, sagte er, die hat genug. Dies war ein wunderbares, schreckliches und furchtbares Abenteuer für Hella. Sie sah mit Bewunderung auf Fritz und mit Grauen auf das erlegte Giftgewürm, das noch mit ein wenig verglimmendem Leben erfüllt, zuweilen ohnmächtig die Schwanzspitze regte. Als ein kleiner Held war er damals erschienen, so eine Art Drachentöter, von denen man in Märchenbüchern liest. Fritz hatte, wie jeder ordentliche Junge vom Lande, ein tüchtiges Ende Bindfaden bei sich, nebst unzähligen anderen brauchbaren und unbrauchbaren Gegenständen, die seinen Hosentaschen für gewöhnlich das Ansehen zwei knolliger Geschwilste gaben. Er machte eine Schlinge, fing den Kopf der Kreuzotter darin ein und schleifte den glatten Wurm hinter sich her, indem er von Zeit zu Zeit einen befriedigten Blick nach ihm zurücksendete und der etwas verängstigten Hella mit erhabenen Worten Trost einsprach. Diese trüppelte neben ihm her in einem Gemisch von Bewunderung und Grauen und geteilt zwischen den unvereinbaren Bestrebungen, dem gräulichen Tiere möglichst fern und dabei doch ihrem schützenden Begleiter möglichst nah zu bleiben. Darum war sie ungemein froh, als sie endlich die Gesellschaft wieder erreicht hatten. Wo selbst man dem braven Drachentöter einerseits hohes Lob spendete und andererseits an der gruseligen Frage, wie es hätte kommen können, wenn ein herrliches und ausdauerndes Gesprächsthema fand. Diese Kreuzotte musste aber die letzte ihres Stammes gewesen sein, denn seit jener Zeit hatte man in der ganzen Gegend nicht mehr von so einem verdrießlichem Gewürm gehört. Unter solchen Gedanken war Heller langsam an dem Rande des Waldes entlang geritten und kam nun an eine Stelle, die stets eine ganz besondere Lockung auf sie ausgeübt hatte. Seit das Zerwürfnis zwischen den beiden Familien ausgesprochen war, bestand ein Verbot ihres Vaters den Wald des feindlichen Gutes jemals zu betreten. Und das war ihr an diesem anziehenden Fleck immer besonders grausam und hart erschienen. Die ragenden Stämme, die den größten Teil des Forstes bildeten, traten dort zurück und umgaben in weitem Bogen eine von niederem Buschholz, blumigen Grasflächen und einzelnen größeren Bäumen erfüllte Lichtung. Unter diesen tat sich eine mächtige alte Eiche hervor, die sich in der Mitte dieses Platzes gleichsam als der König des übrigen Pflanzenwuchses darstellte. In der Umgegend hieß diese Gegend der Vogelsang und zwar mit Recht, denn solche Orte lieben unsere Singvögel und in jedem Frühling war hier ein fast betäubendes Flöten und Musizieren. Auch schien es heller immer, dass nirgendwo so herrliche Waldblumen zu finden sein als hier, und im Sommer, wenn ein betäubender Duft von je länger je lieber dort wehte, hatte sie als Kind oft sehnsüchtig hinübergeblickt nach den üppigen Himbeergebüschen und den mit blau bereiften Früchten bedeckten Rankenhügeln der Brombeeren. Auch heute, wo der Gesang der Vögel bereits verstummt war und statt der leuchtenden Blumen nur eine verschiedenartige Färbung des Laubes und das glänzende Rot der Vogelbeeren oder das schimmernde Schwarzblau der Schleen vorhanden war, übte dieser Ort den alten Zauber auf sie aus. In dem stillen Sonnenschein, der in der geschützten Bucht warm brütete, flogen behaglich die bunten Habstschmetterlinge. Ein Zug zwitschernder Meisen ging von Baum zu Baum an die feinsten Zweige sich anhäkelnd. In der Fahne hob ein Reh lauschend den Kopf und schritt zögernd und scheinbar widerwillig dem Hochwalde zu. Alle schienen gern zu verweilen an diesem freundlichen Ort. Heller war heute unternehmungslustiger als sonst. Sie warf den Kopf auf, als wollte sie sagen, warum denn nicht? Einen Augenblick später war sie vom Pferde, band das Pony am Waldrand an einen Ast und schickte sich an, den Wunsch ihrer Kenntheit zu erfüllen, nämlich in das verbotene Paradies einzudringen. Als sie zwischen dem Buschwerk durch das hohe Gras dahin ging und dazu unternehmungslustig die kleine Reitpeitsche schwenkte, schrak sie doch plötzlich zusammen über den hässlichen schnarrenden Ruf eines Heers, der wahrscheinlich in den Nussbüchen eine Nachlese gehalten hatte und nun entfloh. Aber gleich lächelte sie wieder. Das ist doch bloß der Holzschrag, dachte sie mit denselben Worten, die damals Fritz gebraucht hatte. Ob er wohl noch immer, dass es doch bloß sagte? Und wie er überhaupt wohl jetzt aussah? Als Kind hatte er ein hübsches, gesundes Aussehen gehabt, aber so viele Sommersprossen, dass sein Gesicht anzusehen war wie das gesprengelte Ei eines Wasserhuhns. Heller schritt weiter durch das Windstille, sonnige Schweigen. Nur das Laub raschelte zu ihren Füßen und die Gräser, die ihr Kleid streifte. Sie kam an die alte Eiche, die noch stolz und grün emporragte und eine Unzahl von ihren Früchten in das Gras gestreut hatte. Ein Eichhörnchen rannte in komischen Sprüngen davon und sprang in hastigen Sätzen an der rauen Borke des mächtigen Stammes in die Höhe. Katzeicher, dachte Heller unwillkürlich und lächelte. Hinter der Eiche senkte sich der Grund zu einem kleinen Erlenbruch und in diesen kleinen Abhang hinab hatte sich ein ungeheurer Strauch von wilden Rosen gelagert. Aber die zarte Pracht seiner unzähligen blassroten Blüten war längst entschwunden und hatte einer Unmenge von nützlichen Hagebutten Platz gemacht, die gleich Korallen leuchteten. So gelangte Heller endlich an das Ende der Lichtung, wo die glatten Stämme schimmernder Buchen empor standen. Es verlockte sie, zu dem kleinen See vorzudringen und zu sehen, ob die Mooshütte wohl noch stände und den Platz wieder zu betrachten, an dem so freundliche Kindheitserinnerungen hafteten. In diesen gewaltigen Buchenhallen war es noch stiller als in der Lichtung. Die einfallenden Sonnenlichter hoben die aus dem Welkenlaube aufgetauchten Fliegenpilze in leuchtendem Scharlach hervor. Und hier und da standen ganze Gesellschaften anderer Pilze, braun oder golden oder auch weiß, glänzend wie Porzellan. In der Höhe löste sich zuweilen ein reifes welkes Blatt. Man wusste nicht warum bei der allgemeinen Stille der Luft. Vielleicht weil ein Sonnenstrahl es traf oder eine Mücke vorbeisummte. Dann flatterte es langsam herab, leuchtete noch einmal auf in einem Sonnenstreif, verblasste wieder im Dämmer und legte lautlos zu den übrigen. Die Füße Hellers rauschten dahin über diese weiche Decke, die von vielen Herbsten dort aufgespeichert war. Zuweilen schrie ein Specht, zuweilen tönte das feine Sitzit eines Baumläufers. Zuweilen schlüpfte eine rotbraune Waldmaus mit leisem Rascheln in das schützende Loch und dazwischen war immer wieder das träumerische Schweigen eines schönen windstillen Herbsttages. Düstere Fichten lösten dann das auf schimmernden Säulen hervorragende Hallendach des Buchenwaldes ab. Dahinter tönte plötzlich ein anhaltendes Rufen von wilden Enten. Dort musste sich der See befinden. Der grasbewachsene Weg, auf dem Heller jetzt leise dahinschritt, machte eine Biegung und nun lag in Glanz und Schimmer plötzlich das freundliche Gewässer vor ihr. Sie trat näher zum Ufer und da standen mit lautem Klatschen hinter einer kleinen Rohrbreite eine Anzahl von Enten auf, um zu einer entfernten Stelle des Sees zu flüchten. Sie hörte genau das taktmäßige Pfeifen ihrer schweren, aber schnellen Flügelschläge. Zwei Scheuereier schwankten in der Ferne auf mächtigen grauen Schwingen um eine bewaldete Landzunge und ein Kragentaucher war plötzlich von der Wasserfläche verschwunden, um nach einer langen Weile an einer weit entlegenen Stelle wie durch Zauber wieder da zu sein. Die Wellenringe des aufgestörten Wassers schwangen sich in die Weite allmählich verschwimmend und bald wieder war der See so glatt wie Glas und schien einzig darauf bedacht seine buchtigen in allen Farben des Herbstes schimmernden Waldufer so genau wie möglich abzuspiegeln. Die Mooshütte war noch da, aber vernachlässigt und verfallen, doch von den Rasenbänken sah man nur verschwommene Überreste, überwuchert von hohem Gras und jungen Buschwerk. Es schien, als sei dieser Platz seit Hellers Kinderzeit niemals wieder benutzt worden und in Vergessenheit geraten. Das junge Mädchen ging an den hohen Ufer Vorsprung, zögerte ein wenig und sah sich um, rief dann aber mutig ihren Namen über den See hinaus. Ella! Sie erschrak doch ein wenig, als ihre Stimme die Einsamkeit durchbrach und von den Waldbuchten her einige Male klar und deutlich der Ruf zurückkam. Dann lächelte sie aber gleich wieder. Es ist bloß das Echo. Sie dachte jetzt an die Rückkehr und schlug eine andere Richtung ein, um auf einem neuen Wege den Vogelsang wieder zu gewinnen. Als sie deshalb zu einem Wiesenstreifen am Ufer am Ufer des Sees hinabstieg und dort entlang ging, ward sie durch ein plötzliches Rascheln erschreckt und zugleich erblickte sie eine große Ringelnatter, die sich an ihr vorbei eilig durch das Gras wand und dem mit Weiden vermischten Uferschilfe zustrebte. Nun ward es hier höchst unbehaglich in dieser Gegend, denn obwohl hier jetzt keine giftigen Schlangen mehr vorkommen sollten, wie sie das den alten Forstmeister und Freund ihres Vaters vielfach hatte versichern hören, so waren ja doch diese unheimlichen Tiere auch ohne Giftsan immer sehr verdächtig und unangenehm. Sie erinnerte sich zwar auch an Fritzens Ausspruch von den Snaken, die am Ufer vorkämen und unschädlich seien, allein besser erschien es ihr doch, diese Gesellschaft zu meiden. Da nun gerade eine Art von Fußsteig auf die Höhe des Uferabhanges zu führen schien, so eilte sie dort hinauf und streifte hastig durch Hasel und Dornengesträuchter hin. Aber mit dem Wege war es nur Schein gewesen, bald musste sie sich mühsam durch die Büsche winden, dornige Zweige griffen nach ihrem Kleide und hielten sie auf. Und dann, als sie endlich von einem alten Baumstumpf aus mit einem kleinen Sprunge das Freie gewinnen wollte, gab das Morsche Holz nach. Sie glitt aus, erreichte zwar noch eben das gewünschte Ziel, blieb jedoch mit der Schleppe ihres Reitkleides oben an den Dornen hängen, sodass sie dicht an den Busch gedrängt vollständig gefesselt dastand. Ohne sich den Anzug vollständig zu zerreißen, wusste sie sich nun kaum zu helfen, denn die Wendung, die sie machen musste, um ihre Fesseln zu lösen, spannte das Kleid nur immer noch fester an. Hela stand eine Weile und überlegte, während ihr Herz klopfte, dass sie es zu hören meinte. Dazu kam der unangenehme und aufregende Gedanke an die Schlangen, von denen sie annahm, dass sie in solchen alten, vermorschten Baumstümpfen, wie der in ihrer unmittelbaren Nähe mit ganz besonderer Vorliebe nesteten. Sie stand eine Weile, und überlegte. Es gab ein Mittel loszukommen und es war eines, das wenig Schwierigkeiten machte. Wenn sie herausschlüpfte aus ihrem Reitkleide wie eine Nuss aus der Hülse, dann gewann sie Freiheit der Bewegung und konnte die zurückgelassene Kleidung mit Leichtigkeit aus den Dornen lösen. Wenn aber in diesem Augenblick jemand darüber zukäme, ein Jäger oder ein Holzsammler oder gar ein Mitglied der feindlichen Familie. Sie schauderte bei diesem Gedanken. Aber was sollte sie machen? Entweder sich mit kräftigem Ruck losreißen und ihr halbes Kleid in den Dornen lassen oder jenen einfachen Weg ergreifen. Dornen gab es nicht. Sie durchspähte den Wald nach allen Richtungen, wandte sich dann ab und ließ ihre Blicke am Seeufer entlang gleiten. Alles sie über dieses Geräusch erschreckt zusammenfuhr und innehielt. Sie blickte sich ängstlich um. Da am Ufer des Sees in der Fahne über dem Buschwerk war ein Kopf aufgetaucht, ein männlicher Kopf mit einem verblichenen Jägerhut bedeckt und gleich darauf trat dort eine jugendliche Gestalt hervor, die mit einem verschossenen Jägeranzug bekleidet langsam das Ufer entlang schlenderte. Heller ward in schneller Reihenfolge dunkelrot und leichenblass, hastete mit verwirrten Fingern die Knöpfe wieder zu schließen und spähte dann von leichtem Laubwerk und dem Schatten des Waldes verborgen auf den nahen Wanderer hin. So ein Jäger, das sagte ihr die Kleidung und wahrscheinlich oder sicher ein Angestellter des feindlichen Gutes, der den Forst besichtigte. Waffen und Tasche trug er nicht, nur einen einfachen Stock, mit dem er zuweilen einige kunstvolle Lufthieber ausführte oder eine verspätete Distel köpfte. Der Jäger musste auf seinem Wege nah an dem Fuße des Abhanges vorüberkommen und nun galt es zu entscheiden, was zu tun war. Sollte sie sich verborgen halten, bis er vorüber war oder ihn anrufen, dass sie ihr zur Hilfe käme. Um darüber klar zu werden, musste sie erst sein Gesicht genauer sehen, ob es Vertrauen erweckte. Zwar wurde dann ihr komisches Abenteuer der feindlichen Familie bekannt und es gab für diese etwas zu lachen, allein was machte das, wenn man es nicht hörte? der junge Mann kam näher und Heller musste sich sagen, dass er sehr vertrauenerweckend aussähe. Er hatte ein angenehmes und gutes Gesicht und blickte frei und treuherzig aus seinen dunklen Augen. Dieser Jäger glich nicht dem bösen Kasper aus dem Freischütz, sondern dem guten Max. Nur, dass er nicht ganz so wabbelig erschien wie dieser. Sie hatte das Gefühl, hier dürfe sie etwas wagen. Und als der junge Mann ganz nahe war, wappnete sie sich mit dem ganzen Stolz ihres Mädchentums und mit der Würde und Hoheit, die der Tochter eines Gutsbesitzers zukommen und rief, Sie, Jäger, kommen Sie hier mal schnell herauf und helfen Sie mir. Es ist mit Sicherheit festgestellt, dass der junge Mann ziemlich verblüfft ausgesehen hat, als aus dem schweigenden Walde heraus und mitten in der vermeintlichen Einsamkeit also angeredet wurde. Allein er verlor keine Zeit, sondern folgte auf der Stelle diesem Rufe. Man muss ihm ferne das Zeugnis geben, dass er nicht lachte, als er sah, welchen lieblicher Vogel sich dort gefangen hatte. Sondern eine würdevolle Teilnahme bewies, wie es sich ziemt, wenn ein Mitmensch also in Not geraten ist. Mit kritischem Scharfblick übersah er sofort die Lage, zog ein schönes, festes und scharfes Taschenmesser hervor, klappte es auf und sagte, es ist bloß, es ist nur dieser eine Dornenbusch hier, das wollen wir gleich haben. Damit setzte er das Messer an und schnitt mit einem kräftigen Zuge den Stamm des Weißdornes durch, sodass Heller auf der Stelle befreit war. Mit den ersten Worten, die der Jäger sprach, war mit der Geschwindigkeit eines Blitz 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 eine Reihe von Gedanken durch Hellas Köpfchen gefahren. Und als sie nun ein wenig rosig angeblümt mit gesenkten Augenlidern dastand und die Schleppe ihres Kleides von den eingedrungenen spitzen Haken des Dornenbusches befreite, da ward es ihr zur Gewissheit, was sie dachte. Er hatte es ist bloß gesagt. Er hatte bei seinen Dienstleistungen den linken Arm, der mit dem Daumen in den zugeknöpften Rock eingehakt war, gar nicht benutzt, sondern das Messer sehr geschickt ausschließlich mit der rechten geöffnet. Und wie gut und hübsch und heldenhaft er aussah, trotz der Sommersprossen, die sich über seinen ganzen Nasenrücken zogen. Sie hatte nun den Dornbusch aus den Falten des Kleides gelöst und warf ihn achtlos beiseite. Denn sie wusste ja noch nicht, dass ihr Geschick an diesem grünen Zweige hing. Dann hob sie das Haupt und sah freimütig den Jäger an. Sie sind Herr Fritz Dieterling, sagte sie. Und sie, Fräulein Helene Maifeld, war seine Antwort. Ich danke ihnen, fuhr sie fort und hielt ihm die Hand hin. Der junge Mann drückte diese sanft und sagte, es hat mir viel Vergnügen gemacht. Heller lächelte unwillkürlich und flüchtig. Wie lange haben wir uns nicht gesehen, sagte sie dann. An diesem See war es zuletzt, erwiderte Fritz. Ich dachte eben daran, als ich dort unten entlang ging. Wie seltsam, sagte Heller, das liegt wohl in der Luft, mir ging es vorher gerade so. Dann seufzte sie ganz leicht, denn es ging ihr durch den Sinn, wie sich die Zeiten so böse verändert hatten. Damals waren schöne Tage, sagte sie. Die gibt es heute auch noch, sprach Fritz rasch, und Heller schlug die Augen nieder von seinem Blick. Dann wandte sie wie suchend und ungewiss den Kopf nach der Richtung, in der sie gekommen war. Rustan wartet, sagte sie dann und wandte sich zum Gehen. Wie, Rustan lebt auch noch? fragte Fritz rasch, der muss doch schon uralt sein. Es ist sein Nachfolger, sagte Heller, er ist am Vogelsang angebunden und wartet auf mich. Damit machte sie eine vornehme kleine Verbeugung und wollte davon, aber Fritz war alsbald an ihrer Seite. Sie könnten sich verirren, sagte er, oder noch einmal, hier schwenkte er seinen Stock über die Dornbüsche hin, wenn es auch nur der Seebusch ist, es ist biesteriges Holz. Sie schritten eine Weile schweigend nebeneinander hin durch den herbstlichen Wald. Ein frühlingsfrisches, junges und blühendes Paar. Sie schienen füreinander bestimmt zu sein, doch hatte menschliche Torheit eine starre Mauer von Hass und Vorurteil zwischen ihnen errichtet. Aber holde Wünsche und zartes Sehen sind leichte Schmetterlinge, die solche Mauer gar leicht überfliegen. Dann sprachen sie allerlei von der Zeit ihrer Kindheit, harmlose Dinge von Pflaumen und Apfelbäumen, Lieblingstieren und allerlei gemeinsam kleineren Erlebnissen. Es war, als flüchteten sie sich aus der so hässlich veränderten Gegenwart in jene freundliche Tage. Dabei gelangten sie an eine Lichtung, die eine kleine Fichtenschonung enthielt, im Alter von etwa zehn Jahren. Hier war das mit der Kreuzotte, sagte Fritz plötzlich. Hella nahm fast ängstlich ihre Kleider zusammen, sodass Fritz lächelnd bemerkte, so ein Viehzeug gibt's hier ja gar nicht mehr. Ich glaube, das war damals die letzte ihres Stammes. Aber Hella ging doch ein wenig schneller, und während ihre Blicke über die dunkelgrünen Fichten schweiften, sagte sie, alles hat sich verändert seit jener Zeit, das eine ist verfallen, das andere verwachsen. Aber wir sind doch die Alten geblieben, sprach Fritz schnell. Ein ganz zartes Rot stieg in ihre Wangen. Sie sah gerade vor sich hin, nickte fast unmerklich, und indem sie ebenmäßig weiterschritt, sagte sie leise, ich glaube wohl. Fritz hielt ihr in plötzlicher Auffallung die Hand hin. Sie ergriff dieselbe ohne zu zögern, und nun sahen sie sich beide eine Weile treuherzig in die Augen. Alles soll wieder gut werden, rief er dann. Ja, ja, war ihre Antwort. Sie wussten beide, was sie meinten, obwohl keiner es aussprach. Dann erreichten sie den Vogelsang, viel zu früh, wie beide heimlich dachten. Sie standen eine Weile unter der alten Eiche und sahen schweigend in den glänzenden Herbsttag hinaus, auf die schimmernden Sommerfäden in der Luft, auf die beackerten Felder, wo hier und da eine Glasscherbe diamantartig blitzte. Und auf das ferne Braunsberg, das auf bewaldetem Hügel gelegen, mit roten Dächern aus den Baumwipfeln hervorschien. Nun wierte Rustan, der seine Herren erblickte, und schon eine Weile vor Ungeduld ähm sich den Waldboden gescharrt und gestampft hatte. Zugleich schwamm der dünne Klang der Mittagsglocke durch die hellhörige Luft. Es war zwölf Uhr. In einer halben Stunde muss ich zu Hause sein, sagte Heller, und beide begaben sich zu dem ungeduldigen Pony. Fritz führte ihn in den Weg, dann setzte Heller den schlanken Fuß in seine Hand, er half ihr in den Sattel und gab ihr die Zügel. Sie zögerte noch eine Weile, und sie blickte auf den Kopf des Pferdes, das mit dem einen Vorderhufe den Boden zierlich scharte und mit dem Schweifel die Schenkel peitschte. Dann reichte sie Fritz zum Abschied die Hand. Heißt es Auf Wiedersehen? fragte dieser. Sie antwortete nicht. Sie sah ihn nicht an, sondern beugte sich von über, dass ihr Kopf fast die Mähne des Pferdes berührte. Und in demselben Augenblick schoss das muntere Pony mit ihr davon. Fritz blickte ihr nach, wie sie auf dem Wege am Rande des Waldes in eiligem Trab dahin ritt und wie sie dann in den breiten Landweg einbog, der gerade auf Braunsberg zuführte. Dieser war von alten Haselhecken eingefasst und durch eine Lücke ward noch zu weilen die schlanke Reiterin sichtbar oder wo die Büsche niedriger waren, schwebte ihr Köpfchen mit wehendem Schleier darüber hin. Dann schob sich ein Hügelabhang vor den Weg und nun war nichts weiter mehr sichtbar als die sonnige Einsamkeit des klaren Herbstmittages. Die Sommerfäden zogen sich fast unmerklich dahin. Auf dem Acker blitzten und funkelten die Scherben weiterhin über dem satten Grün des Wiesengrundes revierte ein Bussard zuweilen mit rüttelndem Flügelschlag an einer Stelle verweilend. Aus dem Schornsteine des Herrenhauses von Braunsberg stieg kerzengerade eine schmale Rauchsäule in die ruhige Luft und von den fern dämmernden Höhen der Alpberge schimmerte in zartem Umriss die Kirche von Borna herüber. Fritz kehrte langsam auf dem selben Wege, den beide vorhin gegangen waren, durch den Wald zurück. Als er an der Stelle angekommen war, wo er Helle aus ihren Fessen befreit hatte, nahm er den abgeschnittenen Dornbusch auf und betrachtete ihn liebevoll und sorgfältig. Als er einige Zeit später durch den Garten von Wildingshagen auf sein Vaterhaus zuschritt, trug er ihn noch in der Hand. Dass am nächsten Vormittage Fräulein Hella Maifeld auf ihrem gewohnten Spazierette wieder an dem Vogelsang vorüberkam, wo Herr Fritz Dieterling bereits seit einer Stunde nachdenklich zu weilen in die Ferne spänt umher wandelte, ist eine jener merkwürdigen Zufälle, durch die die Geschicke der Einzelwesen sowohl als der Völker so oft in bestimmten Bahnen gelenkt werden. Wer nun aber wissen will, was an diesem und den folgenden Tagen jenes schönen Herbstes unter der alten mächtigen Eiche auf dem Vogelsang geschehen ist, der muss hingehen und einen alten Waldkauz befragen, der schon seit vielen Jahren in einem schönen geräumigen Astloch dieses Baumes seinen Wohnsitz hat. Denn dieser weise Vogel hat alles mit angesehen und angehört von dem Augenblicke an, wo er sich verwundert über den Klang menschlicher Stimmen in seiner Nähe ein wenig vorbeugte und mit seinen runden Eulenaugen auf das junge, schöne Menschenpaar niederblickte. Bis zu jener Stunde, da an einem grauen Nebeltage zwei Wochen später dasselbe Paar unter Küssen und Tränen voneinander Abschied nahm. Von den bei dergleichen üblichen und so beliebten Schwüren ewiger Treue hat der kluge Vogel aber nichts vernommen. Denn solches hielten die beiden jungen Leute für selbstverständlich und keiner Beteuerung bedürftig. Fritz Dieterling ging wieder auf die landwirtschaftliche Hochschule, die er bereits vor dem Kriege besucht hatte und erst zu Weihnachten war ein Wiedersehen zu erwarten. Jedenfalls würden sie auch dann eine Gelegenheit finden, sich zu sehen und zur Sicherheit wird der Morgen des ersten Weihnachtstages für eine Zusammenkunft auf dem Vogelsang festgesetzt. Teil 2 Nach einem schönen Herbste kam ein frühzeitiger Winter, der schon im November die Seen mit Eis und die Felder mit Schnee bedeckte und bis gegen Weihnachten nahm die Kälte immer noch zu. Zuweilen war dazwischen ein milderer trüber Tag, der aber nur neuen Schnee brachte. Und hatten die Flocken dann genug gestäubt und gewimmelt, so stieg eines Morgens die Sonne aus dem roten Nebel Dunst. Es folgten wieder klare, kalte und blendende Tage, wo die unendliche Schneewüste ringsum nur belebt war durch vereinzelte hungrige Krähen oder hier und da durch ein Schlitten, der einsam durch die Landschaft klingelte. Am 24. Dezember wurde Fritz in Wildingshagen erwartet und Herr Dieterling fuhr selber mit einem Schlitten nach der vor einem halben Jahre erst eröffneten Bahnstation, um seinen Sohn abzuholen. Diese Stadt war dieselbe, die, nicht weit von Braunsberg gelegen, diesem Orte zum Absatz seiner Produkte und zur Versorgung mit Waren diente. Kurz hinter dem Walde von Wildingshagen, dem Seebusch, vereinigten sich die Wege, die zu beiden Gütern führten. Die gemeinsame Straße lief dann auf einer Brücke über die Wagnetz und weiter durch einen ausgedehnten Hohlweg zu dem großen Bauerndorfer Büchtingshagen, wo der Anschluss an die Chaussee erreicht war. Den ganzen Tag und die ganze Nacht vorher hatte es bei stiller Luft geschneit. Und überall lag lose und wollig der frische Schnee, bog in dicken Ballen die Äste der Fichten, saß nesterweise in dem fein verzweigten Buschwerk, zeichnete schimmernd die dunklen Linien der Äste nach und hielt jedes welke Blatt mit einem kleinen weißen Polster bedeckt. Der Schlitten des Herrn Dieterling klingelte munter in unberührtem Schnee durch den Seebusch. Zwischen den Stämmen des eingeschneiten Waldes lag ein zartvioletter Dämmer und seltsam hob sich das schwere Dunkelgrau des gleichmäßig bewölkten Himmels gegen den weißen Silberschimmer der Erde ab. Es fieselte ein wenig, wie man dortzulande sagt, aber es war kaum festzustellen, ob dieser feine, leichte Schneestaub aus den Wolken kam oder durch einen leisen Luftzug von den Bäumen geweht wurde. Krishan, der brave Kutscher, räusperte sich ein wenig auf seinem Vordersitz, deutete dann mit der Peitsche auf den tiefgrauen Himmelsausschnitt am Ende der langen Schneise, in der sie fuhren, und sagte mit einer halben Wendung rückwärts zu seinem Herrn, »Du sind noch viel Schnee in der Luft, Herr. Lorten Sitten«, antwortete dieser behaglich aus dem hoch aufgeschlagenen Kragen seines Pelzes heraus. Hinter dem Seebusch, wo der Weg von Braunsberg einmündete, waren ganz frische Spuren sichtbar. Vor kurzem musste ein von diesem Dorf gekommender Schlitten vor ihn hergefahren sein. Als sie dann aus dem Walde heraus waren, konnte man bemerken, dass der Schnee nicht von den Bäumen wehte, sondern aus der Luft kam und sich langsam vermehrte, so, dass er die Ferne bereits mit einem fein wimmelnden Dämmer erfüllte. Zugleich nahm der Wind zu und begann die schon gefallenen losen Flocken über den Boden hinzutreiben. Als die Reisenden hinter der Brücke über die Wagnitz in den Hohlweg gelangten, sahen sie, dass der ihnen vorangefahrene Schlitten schon seine Not gehabt hatte, durch den hier besonders hoch aufgetürmten Schnee zu gelangen, jedoch zum Vorteil für das folgende Gefährt, das in den zurückgelassenen Spuren fahnd, die Schwierigkeiten leichter überwand. Endlich war das Dorf Büchtingshagen erreicht, und nun bot der übrige Teil des Weges auf dem ziemlich hochgelegenen Damme der Chaussee keine besonderen Schwierigkeiten näher. Es waren noch zwei Stunden bis zur Ankunft des Zuges, die Herr Dieterling in dem behaglich durchwärmten Gastzimmer der Stadt Hamburg durch ein kräftiges Frühstück ausfüllte, während sich draußen das Schneetreiben vermehrte und die Flocken an die vereisten Fenster zerprickelten. Der Wirt, nach Weise dieser Leute so guten Kunden gegenüber ein zerfließendes Gemisch von Wohlwollen und Hochachtung, kam mit sanften Katerschritten herbei, rieb die Hände zart umeinander und knüpfte eine kleine Unterhaltung an über das Schneetreiben, die Kornpreise und die ungeheure Zukunft, der des gute Zernin durch die Anlage dieser neuen Eisenbahn entgegen gehe. Und er war bereit, Herrn Dieterling in jeder Hinsicht Recht zu geben, wenn er auch noch soeben der ganz entgegengesetzten Ansicht gewesen zu sein schien. Es gehörte zu seinen Geschäftsprinzipien immer ganz der Meinung, des geehrten Herrn Vorredners zu sein. Auf dem Bahnhofe traf Herr Dieterling zur rechten Zeit ein. Allein der mit Weihnachtsreisenden stark besetzte Zug hatte wegen des ungewohnt großen Verkehrs und des Schneewetters eine halbe Stunde Verspätung und als der Gutsbesitzer seinen Sohn aus dem Knäuel von küssenden und umarmenden Söhnen, Töchtern, Eltern, Tanten, Onkeln, Bräuten, Bräutigam, Freunden und Freundinnen glücklich herausgefischt und in den Schlitten befördert hatte, da war das Wetter draußen fast stürmisch geworden und der Schnee jagte durch die Straßen, als seien die Hunde hinter ihm. Christian begnügte sich, in einem triumphierenden Hinblick auf Großvater Römpagels prophetische Knochen, mit der Peitsche auf dieses Schauspiel hinzuweisen und fort klingelte der Schlitten durch die engen Straßen der kleinen Stadt, über deren Giebeln der Schnee hintanzte, an deren Dachvorsprüngen er wie Rauch entlang fegte. Auf der Chaussee, wo der Wind ringsum über die freie Feldfläche dahin jagte, konnte man kaum die Augen geöffnet halten, denn nicht allein, dass der Schnee vom Himmel unablässig herniederwimmelte, nein, auch der schon früher gefallene Weinbewegung sauste in mächtigen Wolken über die Ebene dahin, füllte jeden Graben, jede Vertiefung und häufte an jedem Hindernis mächtige Wehen empor. Glücklicherweise war aber wegen ihrer erhabenen Lage auf einem Damme die Bahn auf der Chaussee selbst glatt und eben. So gelangte man nach Büchtingshagen, in dessen tiefer gelegenen Dorfstraße das Fortkommen schon schwieriger war, denn an jedem Hause, jedem Zaun, ja, überhaupt an jedem geeigneten Ort, hatten sich mächtige Schneewehen aufgetürmt, die zu überwinden den Pferden manche Anstrengung kostete. Trotzdem war es an schnell verwehnenden Spuren bemerklich, dass kurz vorher ein anderer Schlitten denselben Weg gemacht haben musste. Als das Gefährt an dem stattlichen Dorfkruge von Büchtingshagen vorüber war und die letzten Häuser des Dorfes passierend in den Weg gegen die Wagnitzbrücke zu einlenkte, wendete Krischern sein verschneites Haupt halb zur Seite gegen seinen Haaren und sprach bedächtig, »Sei mich doch mal wundern, Herr, bin doch nieglig, wo wir hütterlich abend fieren werden. Ach, was, antwortete dieser. Krischern grinste fast unmerklich und sagte, ja, und damit wandte er sich wieder ab und trieb seine mutigen Pferde hinein in das weiße Schneegewimmel. Zuerst ging es wohl, dass sich der Weg in gleicher Fläche mit seinen Ufern dahin zog. Als sich diese aber zu beiden Seiten zu erhöhen begann, da wuchs auch zugleich die Menge des Schnees, der sich hinter dem Ufern der Gegenwindseite aufgehäuft hatte. Die Pferde waren genötigt, ihre Gangart zu mäßigen, und stampften schnaubend, und zuweilen sich mächtig schüttelnd im Schritt daher. Fritz Dieterling war, nachdem er die notwendigsten Fragen und Antworten mit seinem Vater ausgetauscht hatte, den ganzen Weg über in Gedanken und Grübeleien versunken gewesen. Insbesondere lag es ihm am Herzen, wie bei solchem wahnsinnigen Wetter, die für morgen, den ersten Weihnachtstag verabredete Zusammenkunft am Vogelsang zustande kommen solle. Selbst wenn sich dieses Schneetreiben bald legen würde, sei die Möglichkeit nicht ein, da alle Wege so gut wie umgangbar waren, noch dazu für ein zartes junges Mädchen. Und der zweite Gedanke war einer, der ihn in diesem ganzen Vierteljahre kaum einen Tag verlassen hatte, nämlich der, wie unsinnig doch die Feindschaft dieser beiden Väter sei, deren Familien sonst durch jahrelange Freundschaft verbunden gewesen waren. Mach, wie viele herrliche Versöhnungsreden hatte er in Gedanken schon gehalten, und auch jetzt, mitten in dem großen Schneegestöber wirbelten solche Worte in seinem Kopf wie Schneeflocken umher und ließen ihn alles andere kaum beachten. Da mit einem Mal stund der Schlitten still. Die Pferde bis an die Brust im Schnee dampften und vermochten ihn nicht mehr von der Stelle zu bewegen. Krishan sah sich um. Der Hohlweg machte hier eine kleine Biegung und an diesem Orte hatte sich der Schnee ganz besonders angehäuft. Wenn wir jetzt liegen, sagte Herr Dieterling, man macht noch Hahn. Vater und Sohn kletterten aus ihren Fußsecken in den tiefen Schnee und auf das Ufer an der Windseite, wo der Boden ziemlich reingefegt war. Als sie dort oben standen, bemerkten sie gleich hinter der Biegung des Hohlweges dicht vor sich einen zweiten Schlitten in derselben Lage, nur noch tiefer in den Schnee verfahren. Auch dessen beide Insassen waren im Begriff auszusteigen und das Seitenufer zu gewinnen, das an jener Stelle ziemlich steil war. Da eine in Pelze und Mäntel gehüllte Dame dabei war, so eilte Fritz schnell hinzu, um ihr behilflich zu sein. Und als er niederkniend die Hände hinabreichte, durchzuckte, durchzuckte ihn ein vergnügter Schreck. Denn in diesem Augenblicke wehte der Wind den Schleier beiseite, und Hellas Antlitz schaute ihm von verstohlener Freude lieblich gerötet entgegen. Er half ihr das Ufer ersteigen und leistete dann auch dem dicken Maifeld den nötigen Beistand. Von hier oben übersah man gleich, dass es ein aussichtsloses Unternehmen war, in diesen Hohlweg noch weiter einzudringen. Denn an seinem vorderen Ende, wo er am tiefsten und dem Unwetter am heftigsten ausgesetzt war, befand er sich fast gestrichen voll mit Schnee. Herr Maifeld übersah dies mit Feldhandblick und traf seine Anordnungen. »Johan!« brüllte er mit einer Stimme, die gewohnt war, über Felder und Wiesen hinweg Befehle zu erteilen. Es sollten Schaufeln beschafft werden, um die Wagen freizubekommen, und in der Zwischenzeit wollten die Herrschaften nach Büchtingshagen in den Krug. Herr Dieterling, der die Befreiung seines Schlittens aus dieser misslichen Lage natürlich nicht seinem Feinde verdanken wollte, gab seinem Krischern unverweilt denselben Auftrag. Und so haspelten sich die beiden Kutscher mit den abgespannten Pferden nach rückwärts, leiteten sie auf dem ziemlich schneefreien Ufer der Windseite einen Fußweg entlang, brachten sie auf diesem Umwege glücklich den Abhang an der Wagnitz hinab und zuckelten dann, alsbald im Schneegestöber verschwindend davon, um ihre Aufträge zu erfüllen. Unterdessen hatte auch Maifeld natürlich seinen Gegner erkannt. Fritz hatte sich nach geleisteter Hilfe wieder respektvoll zu seinem Vater zurückgezogen. Und während nun die beiden Paare kämpfend mit Wind und Schneetreiben in gemessener Entfernung voneinander dem Dorfe Büchtingshagen zustrebten, bewegten die mannigfachsten Gedanken ihre Gemüter. Hella war erfüllt von Bangigkeit, wie diese Sache ablaufen würde, und zugleich von Glück über das unvermutete Wiedersehen mit ihrem Geliebten. Freilich, ob es ganz so unvermutet war, das konnte man wohl ein wenig in Frage stellen. Denn da sie genau wusste, an welchem Tage und mit welchem Zuge Fritz in Zernin ankommen musste, nur so traf es sich höchst merkwürdig, dass sie gerade um diese Zeit ganz notwendige und unaufschiebliche Besorgungen in der Stadt zu machen hatte. Wieder einer jener Zufälle, die oft von ungeahnten Folgen sind. Fritz dagegen war von stürmischen Gedanken erfüllt, sie einander drängten und jagten. Dieser glückliche Zufall, der die beiden feindlichen Männer zum ersten Mal nach zehn Jahren an einen Ort führte, wo sie sich nicht entrinnen konnten, dieser vielleicht niemals wiederkehrende Augenblick durfte nicht ungenutzt vorübergehen. Aber wie? Das war die Frage. Die beiden Väter aber ärgerten sich, verdammten diesen hässlichen Zufall und schnaubten, da sie beide wohl beleibt waren und den schweren Pelzen steckten, mit Anstrengung durch den hohen Schnee dahin. Es war Nachmittag. Die Dämmerung machte sich bereits bemerklich, und ehe die Hilfe von den Dörfern kam und Bahn in den Schnee geschaufelt war, konnten einige Stunden vergehen. Und so lange mussten sie in der sogenannten Herrenstube des wohleingerichteten Dorfkuges von Büchtingshausen miteinander aushalten. Eine Partivist mit dem Strohmann bildeten sie allerdings gerade, aber daran war ja gar nicht zu denken. Verdammte Geschichte! Dieterling und sein Sohn langten zuerst an und nahmen von dem alten Rosshaar-Sofa dem einen Ende des Zimmers Besitz. Maifeld und Tochter lesen sich am anderen Ende auf dem neuen Glanzledernen nieder. Zwischen den beiden Parteien herrschte Schweigen und Dämmerung. Die freundliche Wirtin kam herein, bedauerte redselig das Schicksal der im Schnee stecken gebliebenen und nahm deren Bestellungen entgegen, während eine Magd den alten schwarzen Kachelofen bis an den Rand voll Holz stopfte, sodass bald ein mächtiges Gebuller anhob und der Feuerschein auf dem Fußboden des dämmerigen Zimmers tanzte. Draußen prickelte noch immer der Schnee an die Scheiben, doch hier drinnen wäre es beinahe ganz behaglich gewesen, hätte nicht das Gespenst eines alten Haders zwischen beiden Parteien gestanden. Fritz Dieterling, der still und brütend in seiner Ecke gesessen hatte, schien endlich seinen Plan fertig zu haben. Er stand leise auf und ging hinaus. Drinnen wurde es allmählich dunkler, denn Licht hatten sich die beiden Herren einstweil noch verbeten. Sie fühlten sich wohler, wenn sie einander nicht sahen. Beide rauchten in schweigendem Brüten und jeder sah die Zigarre des anderen wie ein Glühwurm aus dem Dunkel leuchten. Die beiden Männer saßen in ihren Ecken wie zwei Gewitter Wolken. Wenn sie in der Wucht der Gedanken, die sie bedrängten, stärker an ihren Zigarren zogen, so wetterleuchtete es auch, während ihr zeitweiliges Räuspern wie entfernter Donner klang. So saßen sie eine lange Weile, bis es ganz finster war. Da machte sich draußen auf der Dela ein Geräusch bemerklich und ein heller Lichtstreif wanderte durch durch die Tür auf dem Fußboden hin. Plötzlich öffnete sich die Türe und ein Strom von Helle ergoss sich in das Zimmer, denn die Wirtin trat herein. In jeder Hand eine Lampe. Hinterher folgten zweistämmige Dienstmädchen und trugen einen für vier Personen gedeckten Tisch mit lauter guten Sachen besetzt. Dann kam Fritz mit einer mächtigen Bohle Weinpunsch, die ringsum herrlichen Duft verbreitete. Diese setzte er mitten auf den Tisch, die Wirtin stellte die Lampen daneben und ging mit ihren beiden Gehilfenen eilends wieder hinaus. Eine dumpfe Stille war ringsum verbreitet. Die beiden Väter sahen starr und drohend aus. Und heller war blass geworden wie draußen der frisch gefallene Schnee. Auch Fritz schien ein wenig bedrückt von der Schwere dieses bedenklichen Augenblicks, denn er atmete tief und presste die Lippen aufeinander. Dann aber fasste er sich, stützte leicht die Fingerknöchel auf den Tisch und sprach mit klarer vernehmlicher Stimme »Verehrte Anwesende, ich bitte nur um wenige Augenblicke gehöre für eine ganz kleine Geschichte, die ich erzählen will.« Es waren einmal zwei Männer, die beide ihr Vaterland innig liebten und bemüht waren, zu seinem Gedeihen so viel beizutragen, als nur in ihren Kräften stand. Über die Wege zu diesem Zwecke aber waren sie nicht einig, und da jeder glaubte, der seine sah der einzig Richtige, so gerieten sie darüber in ein Zerwürfnis, und sie, deren Familien in ererbter Freundschaft durch viele Jahre miteinander verbunden waren, die Trauer und Freude, Leid und Leid und Lust bis dahin miteinander miteinander geteilt hatten, betrachteten sich mit Hass und Verachtung und lebten fortan in Feindschaft. Jahre vergingen. Da kam plötzlich wie aus blauer Luft ein gewaltiger Krieg in das Land mit einem alten und mächtigen Feinde. Das Land, in Parteien vielfach zersplittert, vergaß seine politischen Kämpfe. Nord und Süd, die sich soeben noch feindlich gegenübergestanden hatten, reichten sich brüderlich die Hände. Alle Hader war vergessen, alle Feindschaft vorbei, der einen großen gemeinsamen Gefahr gegenüber. Vereinigt ging sie Schulter an Schulter gegen den Feind und warfen in unglaublich kurzer Zeit seine gewaltige Macht zu Boden. Ungeheurer Jubel herrschte in dem geeinigten Lande, Träume der Sehnsucht gingen in Erfüllung. Die alte Kaiserkrone strahlte in neuem Glanze, die goldene Zeit war da, eher als irgendjemand geglaubt oder geahnt hatte. Die beiden Männer jedoch, deren ich vorher erwähnte, trugen ihren alten Groll hinüber in das neue Reich, das Glorreich, mächtig und einig dasteht, eine Bürgschaft des Friedens. Das war nicht gut, und darum kommt einer der jungen Männer, der selber mitgeholfen hat in diesem Kampfe, er kommt mit der herzlichen Bitte an diese beiden Männer, sie möchten ihren alten, verjährten Groll hinüberwerfen, auf die andere Seite, wo Hass und Hader, Zank und Streit begraben liegen. Der liebe Gott zeigte ihnen so sichtlich den Weg. Er sendete einen gewaltigen Schneesturm und führte dadurch die beiden Männer zusammen an einen Ort. Er tat dies am heiligen Abend vor Weihnachten, zu einer Zeit also, die im ganzen deutschen Lande und weit hinaus überall, wo nur Deutsche wohnen, den freundlichen Empfindungen der Liebe, der Freundschaft und des Wohlwollens geweiht ist. Keine bessere Stunde konnten sie finden, den alten Hader zu begraben und sich versöhnlich die Hände zu reichen, als diese, in der einst die Engel sangen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Eine tiefe Stille herrschte, als Fritz seine Rede beendigt hatte. Da setzten draußen wie auf Verabredung die Kirchenglocken ein, das Weihnachtsfest einzuleuten. Langsam anschwellend tönten die feierlichen Klänge durch die stille Winternacht. Fritz nahm zwei gefüllte Gläser. Das eine reichte er heller mit den leise geflüsterten Worten, »Bring's meinem Vater«. Das andere gab er Herrn Meifeld, der sich vor Rührung gewaltig räusperte, und dem wahrhaftig eine dicke Träne über die gebräunte Wange lief. Herr Dieterling erhob sich schwerfällig vor der jungen Dame, die ihn so lieblich flehend ansah. Auch in seinem Gesicht erzuckte und arbeitete es wunderlich, und als sie seine Hand ergriff und ihn führte, da folgte er willenlos. Meifeld, von Fritz geleitet, kam ihm entgegen. Sie stießen an mit den Gläsern und drückten sich die Hände, stumm, aber gewaltig. Endlich gewann Herr Meifeld Macht über sich und fand seine Sprache wieder. »Mein vermuster Karl, dein Sohn«, sagte er, »solchen möchte ich wohl haben.« »Na, so ein schönes, liebes Töchting«, erwiderte Herr Dieterling, »das ließ ich mir auch wohl gefallen.« »Oh, wie hell«, heuchte Fritz auf, als er diese Worte hörte. Mit einem Mal war an Hellas Seite, zog sie, der den Kopf von seiner Brust schmiegte, an sich und rief, »Dieser Wunsch, liebe Väter, kann auf der Stelle in Erfüllung gehen. Wir haben nichts dagegen.« Die beiden Männer waren ganz starr vor Verwunderung und sahen erst sich, dann das schöne Pärchen an. »Nö, so ein Racker«, sagte Herr Meifeld endlich. »So ein Jesuwiter«, fügte Herr Dieterling hinzu, wobei jeder den eigenen Sprössling meinte. Aber was sollten sie machen? Überrumpelt waren sie nun einmal, und da die alte Feindschaft plötzlich zu Ende war, so lag auch nicht der geringste Grund dagegen vor. Sie schenkten also die Kinder einander zu Weihnachten, setzten sich behaglich an die reich besetzte Tafel, und es herrschte Friede und Wohlgefallen. Nach einiger Zeit kamen der biedere Krischan und der brave Johann, und nachdem sie ihrer Verwunderung Herr geworden, als sie die beiden Parteien so friedlich und einig beieinander fanden, da meldeten sie, dass in einer Stunde etwa die Schlitten vorfahren würden, da dann die Arbeit der Säuberung des Hohlweges beendet sein würde. So klingelten dann also auch nach einer Stunde etwa die mit frischen Pferden bespannten Schlitten vor der Haustür. Die Versöhnten und die Verlobten hüllten sich in Mäntel und Pelze, stiegen in ihre Fußsäcke und fuhren hinaus in die kalte, sternklare Winternacht. Als sie an das Ende des Hohlweges kamen, da standen die Wildingshägerleute auf der einen, die Braunsberger auf der anderen Seite des Ufers. Und die Frau Wirtin musste wohl zu den Kutschern einiges geschwatzt haben, denn die Männer präsentierten ihre Schaufeln und brüllten so laut sie konnten, »Der Junge soll leben und hat frühen Oog daneben, vierfaut hoch!« »Vierfaut«, sagten sie, denn also übersetzten sie »Wiwatt« in ihr geliebtes Plattdeutsch. Aber die, denen dieses hoch galt, lebten ja viel höher in dem seligen Reiche der Hoffnung und Erwartung des holden Glückes. Und ob sie nun noch bald getrennt dahin fuhren durch die blaue, funkelnde Winternacht und den silberglänzenden Schnee? Sie trugen in ihren Herzen den jungen Frühlingsmorgen mit rosigem Gewölk und dem Gesange jauchzender Lärchen. Das waren die schönsten Weihnachtshörbücher von Heinrich Seidel. Wenn sie dir gefallen haben, würde ich mich freuen, wenn du auf den Daumen hochklickst und du das Hörbuch mit jemandem teilst. Wenn du magst, hören wir uns morgen wieder. Aber jetzt schlaf gut!